So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei Simmerist TV zu den 24 Stunden Delazard 2014 zur achten Ausgabe melden wir uns hier zurück. Und naja, wir haben gerade eben von der Viertelstunde den insgesamt vierten Restart gehabt, wobei man sagen muss, dass eigentlich nur der erste wirklich ein Restart war. Beziehungsweise der erste und der dritte, das waren alles irgendwelche Mismatches, nur der erste da ist tatsächlich der R-Faktor-Server gecrasht und dann haben wir mal flugs den Server gewechselt und das lief dann den Rest der Nacht bis vor kurzem super gut. Und dann gab es wieder ein Mismatch und wir mussten wieder restarten, also es war nicht so, dass die Server irgendwie in die Knie gegangen wären. Ja, wie gesagt, also und jetzt ist das Feld nicht neu formiert, die sind natürlich genau so wieder gestartet, wie sie vor dem Abbruch aufgestellt waren, beziehungsweise hinter dem Führen über Start Ziel gefahren sind. Mittlerweile hat sich das wieder einigermaßen einsortiert und ich wage mir mal jetzt die Aufstellung durchzugeben, weil dass jetzt jemand in die Box kommt zu einem regulären Boxenstopp ist eher unwahrscheinlich. Notox Racing 1 führt vor Sim Racing PL und Federsport Poland LMP 1 in der LMP 1 Klasse. In der LMP 2 Klasse führt das Team von Independent Sim Racer vor All Star Racing und Vortex Motorsports. Und in der GTE-Klasse führt All Star Racing vor Gillis Racing und Sim Race 3. Und da, an dieser Reihenfolge hat sich in der letzten Zeit relativ wenig geändert. Und wenn ich das richtig sehe, ist MSRF2 Motorsport raus. Die müssten eigentlich ihre Strafe abgesessen haben. Ne, noch nicht ganz, aber sie sind noch nicht wieder da. Also, gehe ich mal davon aus. Oder, sind sie wieder da? Na doch, die stehen in der Garage. Also, es könnte gut sein, dass das wieder funktioniert. Lass die hier in Kürze wieder das Rennen aufnehmen, das werden wir mal so ein bisschen beobachten. So, jetzt können wir mal schauen, wo es ein bisschen eng ist. Und das ist es nämlich tatsächlich an einigen Positionen. Und das müssen wir ja auch mal ein bisschen ausnutzen, theoretisch. Wenn wir dann schon die Chance eines solchen Restarts haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das sich relativ schnell in Wohlgefallen auflöst. Also, MSRF2 Motorsport ist wieder unterwegs. Also, die haben das Rennen wieder aufgenommen. Danke dafür. Ganz normal ist das nicht. Ach nee, das P2-Team ist noch in der Garage. Sorry. Und auch R-Factor News Pro-Team sind scheinbar nicht mehr dabei, jetzt nach dem letzten Restart. Also, bedenken kann ich es hier niemand, wenn er sagt, nee, ich habe da jetzt keinen Bock mehr. Und wir sind so weit hoffnungslos zurück, dass wir haben da keine Chance noch irgendwas zu reißen. Dann müssen wir uns jetzt hier nicht die Zeit um die Ohren schlagen. Das ist nachzuvollziehen. Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Vortex. Da hat es, ja, einen dreistündigen Motorwechsel gegeben. So sollte ich das interpretieren. Und, ähm, die sind wieder dabei und fahren in der LMP1 mit ihrem LMP1 ganz am Ende des Feldes und haben viele, viele Runden erstmal aufzuholen, bevor sie überhaupt wieder ein, überhaupt ein Gegner der GTE-Klasse sehen. Also, trotzdem, also hier, auch solche Einstellungen gibt es. Das ist wertfrei tatsächlich und, ähm, das ist jedem Team selbst überlassen, wie sie sich da entscheiden. Dann müssen wir ausschauen, wie sie sich in dieこの wiegeln. Dann müssen wir還 Genau. Gucken wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Der GT-Klasse ist das eigentlich schon so mehr oder weniger bezogen. Aber wenn ich jetzt mal hier so richtig schaue, sind jetzt alle wieder im Rennen, oder? Ja. Also auch die beiden Teams, von denen wir geglaubt haben, dass die raus sind, sind jetzt wieder mit dabei. Auch das Airfactor News Pro Team ist mit dabei, mit dem José Bersosa. MSR 2 Motorsport ist auf der Strecke. Ja, also besser kann es ja gar nicht laufen. Also alle Teams nach dem Restart wieder unterwegs. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hingehen soll. Eigentlich ist hier momentan überall was los. Aber da ist gerade richtig was los. Da gehen wir mal hin. Genau. Multigaming, WOD Multigaming EV gegen MSR 2 Motorsport P1. Ja, das ist das Guckloch im Pichot. Ja, das ist das Guckloch. Ja, das ist das Guckloch. So, wenn ich jetzt hier so meine Listen gucke, ich will lieber nochmal in die Race Control, in die Penalties gucken. Ähm, also, ja, tatsächlich haben alle Teams ihre Escapes und Reconnects abgesessen. Und da war tatsächlich beim Airfactor News Pro Team, die haben echt neun Minuten warten müssen. Das ist die längste Strafe, die ich bis jetzt gesehen habe. Wow. Wow. So, es wird jetzt wieder mal ein Augenblickchen ruckeln hier im Livestream. Ich bitte, das zu entschuldigen. Also, Danny, es ruckelt jetzt gleich etwas. Das ist das Ganze. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hoffe, ihr könnt das Geruckel noch ein klein wenig aushalten. Es ist im, ja, im Sinne des Guten. Von daher hoffe ich mal, das geht in Ordnung für euch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, wollen wir hoffen, dass das alles klappt. So, das Geruckel sollte jetzt aufhören. Wir hoffen das mal. Genau, so, jetzt kümmern wir uns ums Rennen. Wie sieht's aus? Vorne, Notox Breit, schon wieder 50 Sekunden enteilt. Ja, Federsport mit doch schon auch wieder gehörigem Rückstand auf Simracing PL auf Platz 3. Ja, RML auf der 4 mit Daniel Lange-Jägermann. Ganz hinten auf der 14 und auf Gesamtplatz 45 fährt Vortex Motorsports LMP 1. Dann fehlt uns da tatsächlich ein Team. Ich weiß nicht jetzt, wer jetzt ausgefallen ist oder das Rennen nicht wieder aufgenommen hat. 45, nee, Moment. Nee, 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 alles klar. Es fehlt niemand. 45 Teams waren zugelassen. 45 Teams fahren hier auch noch. Ich sehe gerade, dass das hier gar nicht geht, was ich hier tue. Dann muss ich das tatsächlich wieder anders machen. Ja, also der Nikolai Essig ist zu Recht verärgert. Da hat's wohl noch vor dem Rennstart einen Unfall gegeben. Ähm, ja, wenn das keiner mitteilt, dann kann ich da auch nichts machen. Hier in einem Chat oder sonst dergleichen Dinge ist das natürlich ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man da noch mit anderen so Dingen zu tun hat, dann kann ich nicht auch noch einen Teamspeak-Chat lesen. Ähm, nichtsdestotrotz sehr, sehr ärgerlich dafür, dass OGC richtig, richtig gut unterwegs war. Ja, jetzt... ... ... Ja, auf alle Fälle sind sie wieder auf der Strecke Und das freut mich dann doch mehr, als ich mich für den Unfall ärgere Also natürlich ist das sehr, sehr ärgerlich für das Team Und wir müssen aber irgendwie mal wieder ein Bild bekommen hier Das ist nicht ganz so einfach Wie man das so glaubt, da haben wir wieder ein Bild Und so ist das auch schön So, gucken wir mal ein bisschen, wie schaut's aus Ah, okay, das kann man leider nicht hier Schade, schade So, gehen wir mal zu Witchwood Ich glaube, die sehen wir hier auch irgendwo, genau Das müsste der gelbe Aston Martin sein hier Und die fighten jetzt im Moment Direkt gegen KSM Simracing Team mit Armin Binder Du fehlst mir jetzt gerade zu meinem Glück Moin, Manu Ha ha ha, Frau Glutz Na Morgen ja alle, die da sitzt und hört und guckt Ja Und freut und ärgert und weiß ich nicht, was alles Ist alles gut Naja, was mit OGC hätte nicht sein müssen eben Ja, gut, da sind viele Dinge, die hätten im Winter nicht sein müssen Ja, im Rennen passieren nun mal Unfälle Richtig Aber, ja gut, in der Form der Menschenleute muss das wirklich nicht sein Sag mal, ruckelt der Stream? Moin Gut, dann ist das hier mein, mein PC Beziehungsweise der ARD, der bringt hier ganz seltsame Bilder teilweise Und da bin ich, weiß ich halt immer nicht Ist das jetzt ein Ruckeln? Ja, Streamlight flüssig Ja, das ist schön Ja, wie gesagt Mensch, ihr macht ja heute das Weiß eures Lebens, oder? Ja, wir machen das Nötigste jetzt nur noch Wir verwalten unsere Position Nach vorne geht nichts mehr Nach hinten haben wir ein bisschen Luft Und wir verwalten nur noch Ja, gut Ja, ist nicht mehr drin Ja, ist richtig Markus hat da ein Disconnect gehabt Auch einen, ne? Wenn du das mal rechnest Ja, wir wären also schon ein bisschen so Ich meine, die ersten drei haben ja gar nichts Das läuft ja bei denen wie schnitten Brot, ne? Ja Gerade Independent Simracer Ich meine, mich freut's für die Jungs, dass die da vorne Ja Da die Geige spielen Weil sonst haben die immer viele Probleme gehabt Mit Disconnects und so Und die haben noch keinen Disconnect Gar nichts Ja, ja Wir hatten einen Disconnect, okay Und das machte ich natürlich dann nicht mehr so Aber, ja, die Platzjungen ist erstmal okay Ja, Rennen unseres Lebens Ja, mit zwei Mann ist natürlich wie das Blanke überleben Das stimmt Ja, das ist also erstmal die Zwei-Mann-Show hier Und dann halt auch noch auf einer super guten Position Also, ich sag mal, das ist schon ziemlich geil Freut mich total Gut Einzelteam gab's eigentlich gar keine Zweifel Das war, dass die zumindest ums Podest fahren war Stand außerhalb jeder Frage Jetzt sieht's so aus Ja, die haben jetzt schon wieder eine Minute Vorsprung vom Start weg Okay, so in der S&P-L stand nicht direkt hinter ihnen Aber, ja Der Patrick fährt hier 3,25er Zeiten momentan Keine Ahnung, ob's an Überrundungen liegt oder nicht Aber, das ist definitiv Ja, die hatten aber auch einen Disconnect Sebastian hat auch einen Disconnect gehabt Weißt du, hatten wir einen Disconnect? Ja, 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 klar Der Sebastian war ja schon wieder am Boden zerstört Der hat mal zu denen schon wieder gelaufen Ja, ja Disconnect Ich sag immer, um 15 Uhr wird die Flagge geschwenkt Und, nee, die hatten einen Disconnect Also Sebastian ist vom Server Beide, der Sascha und der Sebastian Hatten beide auch einen Unfall gehabt Also bei denen ist das noch lange nicht reibungslos abgelaufen Also die haben schon zu kämpfen da gehabt Dass sie dann wieder da sind, wo sie sind Ja Ja, bei denen macht's halt die Sache Die Taktik und die fahren ihren Stiefel Da gibt's kein Wenn und kein Aber Aber die sind doch eigentlich von Anfang an vorne Ja, nee, stimmt, stimmt Ganz am Anfang hatten sie ein Problem Ja, ist richtig Die waren mal auf 5 Genau, genau Da haben wir noch überlegt, wie lange der Ronny braucht Bis er die Ja, da gab's dann aber vor ihnen dann auch die Probleme Und dann waren sie ganz schnell auf 3 und auf 2 Ronny hat auch einen Unfall, genau Da war ein GT-Auto Ein runder GT-Fahrer So kann ich ja sagen Der Rico Herzig Der hat sich dann hinterher Also der war Muss ich also mal erzählen Die Nummer Der kommt dann hinterher bei mir in TeamSpeak rein Und ja, ich wollte mich entschuldigen Und so Er hat das Auto kaputt Ist ja auch klar, dass er versucht Das Auto an die Box zu bringen Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten Ist ja logisch So und dann fährt er in den Porsche-Kurven Fährt er sein Auto dann in die Box Oder will es da hinbringen Was ja auch legitim ist Ja, und der Ronny kommt dann Das hat der Ronny auch selber gesagt Der kommt dann ums Eck Und wo will er hin Aber die Kollision Ich meine, dem Herzig kann man keinen Vorwurf machen Das ist eben so Ja, das passiert Naja, gut Da hat der Ronny halt heute mal Karnitz gespielt Und alles ist gut Ja, natürlich Also von daher ist das mal einfach alles so Es ist ja alles gut ausgegangen Richtig Und Ne, das muss man halt auch mal erzählen Dass der kommt, der Junge Also man muss auch dazu sagen Der René und der Enrico Herzig Das ist ihr erstes 24-Stunden-Rennen Und die haben sich da richtig reingekniet Die beiden Also auch mit dem Christian Rückert Im Schwesterteam Also die haben da richtig, richtig Ja Sich Gedanken gemacht Wie sie da am besten vorwärts kommen Und ich kenne die ja nun schon so ewig Also glaube mir Das wird dem Der ist auch extra deswegen zu euch gekommen Weil dem das richtig, richtig leid getan hat Definitiv Nein, nein, das war jetzt auch nicht irgendwie Ich wollte das auch nicht verlustigen Sondern wirklich so erzählen, wie es ist Und ich fand das total nett Muss natürlich mal sagen In der Nacht beim Restart Hatte ich mit ihm auch eine Konfrontation Leider, leider nicht Warte mal Ich hab, ich hab, ähm Ich hab, ähm Support Okay Ja Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Ich hab, ich hab, ich hab Ich hab, ich hab, ich hab Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Okay Okay, so Wir sind hier wieder zurück Ach, Manu ist auch losgegangen Ich dachte, der labert hier mal noch ein bisschen alleine weiter Aber gut So Jetzt hab ich da irgendwo den Hinweis Die Linie ist, der Linie ist, der Linie istν Sollte es eng gewesen sein Das ist aber Schon dann Wohl länger her Auch in der P2-Klasse Ist da nicht wirklich Ähm Was zu sehen Allerdings In der GT-Klasse Könnte das ganz gut werden Aber ich dachte eigentlich Da wären wir gewesen als mir das jemand geschrieben hat. Gucken wir mal auf die zur Witchwood hin. Ne, das ist nicht Witchwood. So, welcome here in the Spanish and English channel. We will comment now the race in German. And we wait for one of the guys from the English or Spanish commentator teams. So, please wait or, yeah, I hope it will work and you have the same sound in the German and English broadcast. So, also, ja, da sind wir in Deutsch. Genau, also so wirklich Positionen gibt es jetzt hier nicht, wo ich sagen würde, wow, das ist jetzt aber knapp. Allerdings sollte es so sein, dass Federsport Poland hier, ne, die sind so dicht, sind sie jetzt auch nicht dran, aber zumindest hier vorne falten sie, äh, das ist jetzt schon zu weit weg, ähm, Wo haben wir sie? Da, gegen die Independent Swimracer GTE, gegen Martin Putzke. Da vorne fährt er, das ist ein direktes Duell. Ja, wollen wir mal gucken, was sich da draus entwickelt. Das ist es? Da vorne. Da vorne. So Ja das ist ja alles ganz schön aufregend hier heute Muss ich schon mal ehrlich sagen Also ich hätte nicht damit gerechnet Okay die Sachen in der Nacht die da passiert sind Ach ja Sehr ärgerlich Und wenn man es genau nimmt es sind wieder nur Missmatches Also wir müssen Ja wir haben im Prinzip zwei Möglichkeiten Entweder wir fahren insgesamt mit weniger Teams Was natürlich die Auswahl Ähm härter macht Klar Also was weiß ich Mit 30, 35 maximal Dann haben wir vielleicht eine gute Chance dass der Server durchläuft Oder wir nehmen diese Restarts und kaufen Ich muss euch ganz ehrlich sagen Momentan gefällt mir das so besser Dass wir mehr Teams am Start haben Und ähm Ja Und dann das Risiko eines Restarts Auf uns nehmen Ich glaube das größte Problem ist einfach dass wir hier Ähm mal abgesehen jetzt von der Performance die nötig ist um zu viele Autos zu hosten Aber ähm ich glaube unser größeres Problem ist die Sind die Standorte der Clients die untereinander zu synchronisieren Die sind doch teilweise ziemlich weit weg Und teilweise sogar aus Übersee Ich meine das ist heute jetzt nicht der Fall glaube ich Aber Großbritannien Spanien Italien Sind da Leute dabei Das sind so glaube ich die die am weitesten weg sind Und ähm Ist schon durchaus denkbar dass Solche Wir haben es ja glaube auch von dem Daniel Träber Aus Spanien Der hatte einen HDV Mismatch Aber es ist nicht unbedingt auch auf die Person festzumachen Das kann auch auf der Gegenseite passieren Also Es ist irgendwie Immer wird wohl ein kleines Mysterium bleiben So richtig werden wir das nie ergründen Was jetzt die Ursache dafür ist Ich würde mich sehr freuen wenn der Chris der uns hier sehr viel geholfen hat Aus dem ISI Forum hier mal vorbeikommen würde Den würden wir wohl ganz gern mal interviewen So Wo gibt es denn hier Ach hey mini Jetzt gehen die Boxenstopps los So Uns Achim Im Auto Den hat es ja vorhin schon mal aus dem Auto rausgeschleudert Hat sich wohl Ein klein wenig So die Schulter geprellt So ein bisschen leicht Im Kopf hoch Das alles verschoben Ähm Wir werden mal sehen Wie er spricht Weiter Morgen Oder Vielleicht auch heute noch Nö Und Ob das noch alles funktioniert bei ihm so Naja War wirklich sehr witzig Dass dieses Männchen da aus dem Auto rausfiel Ja es ist echt toll anzusehen Ja es ist echt toll anzusehen Ja das ist das was Karnis sagte Stefan Karnis Die GT Autos können hier Auf die Stadt Ziel raus Richtig über die Curbs heizen Auch in den Ford Schikanen Richtig über die Curbs rüber gehen Das können die LMPs nicht Wir müssen da fein säuberlich drum herum fahren Und ähm Ja dann ist es schon mal schwer Für so ein Für so ein GT da Den richtigen Bremspunkt zu finden Ohne den LMP abzuräumen Dann eventuell Weil der dann vielleicht doch ein bisschen weiter rein bremst Oder halt In dem Moment auch langsamer fährt Aber das sind halt wirklich nur diese Stellen Und dann ist es schon mal wieder Tja, so ist Slalomfahren um ein GT. So, da haben wir den Führenden der GTE Klasse, All Star Racing, momentan mit Stefan Karnitz im Auto und das zweitplatzierte Team in der GTE, Gilles Racing, auch gut unterwegs. Und jetzt schauen wir mal tatsächlich, die Jungs hier kommen gerade aus der Box, das ist Sim Racing PL. Und Federsport Poland hier auf der 3. Also die Abstände sind schon deutlich. Und jetzt schauen wir mal tatsächlich. Und jetzt schauen wir mal tatsächlich. So, gehen wir mal hier zu Emanuel Niklas für WUD Multigaming EV. Denn der GTE hat tatsächlich lediglich 4 Sekunden Rückstand auf MSRF2 Motorsport mit dem Fran Morales. Und ich bezweifle aber, dass der da ranfährt, weil er jetzt, also zumindest in der letzten Runde, wir warten mal ab, ob jetzt die Runde wird für ihn. Sie sind da von vielen Runde, wir warten mal ab, ob jetzt die Runde und ich kenneche. Und jetzt schauen wir mal. Und jetzt warten wir mal ab, ob jetzt die Runde zu gehen. Und jetzt sehen wir mal ab, ob jetzt die Runde mit dem brauchst. Und jetzt sind die Runde, auf jeden Fall ab, ob jetzt die Runde zu gehen. So, jetzt ist er da über Start und Ziel Emanuel Ja, die war auch nicht so wahnsinnig schnell 3.26.155 Also da wird es wohl keine Annäherung geben So schnell, wenn er da nicht ein bisschen mehr Lied findet Aber wir haben noch ein ziemlich enges Duell Und zwar German Racers LMP2 Mit dem Dennis Jordan Da gehen wir jetzt mal hin Genau Der fightet hier nämlich gegen Achim Ennbach Gegen SimSync Pro LMP Ja Und da muss man aber ziemlich deutlich sagen Dass der Achim Ennbach Da ziemlich schlechte Rundenzeiten fährt Dennis Jordan 3.28 Achim 3.36 Aber das hat so erstmal nichts zu heißen Es kann durchaus sein Dass er da in der Runde Irgendjemanden Vorbeilassen musste So, und das ist jetzt der Positionswechsel Dann war das gar nicht so das Problem Weil Tatsächlich SimSync Pro Eine Runde Vorsprung hat Also das war jetzt gar kein Positionswechsel Völliger Unsinn Die Runde muss man sich gar nicht mehr Wie ist denn das war jetzt gar nicht mehr Der Pfeil Unsinn Das war jetzt gar nicht mehr Das war jetzt gar nicht mehr Ja, Dominik, schade, das habe ich zu spät gelesen, vielleicht anstupsen ist besser, dann kann ich das, das erkenne ich, sehe ich das eher, da unten in dem Chat, das ist immer sehr schwierig, weil ich muss ja hier irgendwie auf drei Monitore gucken. So, also hier hat sich das Ganze so mehr oder weniger erledigt und momentan sehe ich hier auch nichts, was in irgendeiner Form dazu geeignet würde, sagen doch, eventuell, doch, 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 der Ronny Kretty hat das Auto übernommen von den German Racers LMP und da gehen wir mal hin. Die Extreme Racers sind nah beieinander mit Witchwood. Nach der Sascha Steinbrink. Ja, das ist richtig, da müssen wir aber ganz schnell hin, die muss ich erstmal suchen, wenn ich immer nicht weiß, welche Klasse das ist. Ja, ich glaube, das hat sich hier gerade erledigt. Also, ich glaube, ich bin gearbeitet und glowing hier. $500 mehr. $500! Halt! perks! Wuh. Halt! Wuh. Halt! Das war's für heute. Ja, hier eine schöne Bande beieinander Allerdings leider alles keine Positionskämpfe Edgar Ostermann hier im RSA Porsche Und Nicola D'Agostino im Witchwood Aston Martin Aber das ist leider nicht alles nicht in derselben Runde So, Vortex hat jetzt auch die 200 Runden Marke gesprengt Glückwunsch Ja, ich freue mich total, dass die wieder mitfahren Also, ich habe echt gedacht, die hätten ihr Auto abgestellt Ja, ich freue mich total, dass die 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 Ja, also eingeschlafen bin ich nicht So, wen haben wir hier? Ah, Martin Putzke Für die Independent Swimracer GTE Gehen jetzt hier wieder raus auf die Strecke Ja, ich freue mich total, dass die Strecke Ich freue mich total, dass die Strecke So, Dog Racing ist an der Box War da eben rangefahren Und auch Die Jungs von der RSA Also die machen hier echt Da soll mir noch mal einer erzählen, die reden nicht miteinander Naja, natürlich kann das auch Zufall sein Aber, ja In der Box Dann natürlich die Frage, wer von den beiden Als erster wieder losfährt Das Project 24 Team Also RSA Project 24 Team Hat eine Runde mehr Ja, ja Und den auch zuerst hier wieder raus Und der Michael Wirtz bleibt wohl auch im Auto Wenn ich das richtig sehe Genau, so ist es So, und Marcel Habermann steht nach wie vor an der Box Mit Dog Racing Wir wollen mal hoffen, dass da nichts passiert Das ist schon ganz schön lange Da stehen Jetzt kommen sie auch raus Dann ist alles gut Und Olaf Ness hat das Auto übernommen So, gucken wir mal zu den weiteren Boxen-Stops Ja, da ist jetzt momentan gerade richtig viel los Independence SimRacer P2 All-Star Racing P2 Ähm Oh, die sind in derselben Runde Ja, das kann ja nochmal ein Ding werden hier All-Star ist in derselben Runde mit Independence P2 Das hätte ich so jetzt nicht gedacht Jörg Vogel Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher Steht der Steht der Ähm Mano Ne, also der muss schon raus sein Ja, David Putzke ist raus Und Er vernimmt auch das Auto Das ist natürlich Ein Riesending Da hat man jetzt aber Sowas von flugs reagiert Dass man gesagt hat Ne, 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 ne Also Leute Das geht gar nicht Wir hatten teilweise Fast zwei Runden Vorsprung Vor den zweitplatzierten Und jetzt Ist das auf sechs Sekunden Sieben Sekunden zusammengeschmolzen Jetzt ist der David Ich weiß nicht, ob er eingestiegen ist Das Auto Ich hab jetzt nicht drauf geachtet Wer vorher drin war Und der Muss jetzt erstmal Gegen Jörg Vogel Wieder Ein bisschen was rausfahren Das Problem ist nur Jörg Vogel Ist jetzt nicht unbedingt Der Langsamste Aber David Putzke ist Mit Sicherheit der Schnellste Im Independence Simracer Team Und von daher geht's gar nicht anders Eieiei Das wird nochmal richtig Das wird nochmal richtig spannend Solche Sachen hätten wir gerne So für die letzte Stunde Also macht euch Macht mal jetzt Ihr oder euren Limiter an Und fahrt So lange Damit Auch wenn's langweilig ist Die Zeit ist die gleiche Die ihr braucht Ihr fahrt nur nicht so große Strecke Genau Und ich geh mal jetzt für kleine Moderatoren Und bin gleich wieder da Und ich geh mal jetzt Ich geh mal jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So, da sind wir wieder Und jetzt auch Ja, komplett für den Livestream Jetzt haben wir uns dieses Auto hier Den Jörg Vogel lange genug angeguckt Jetzt gucken wir erstmal, wo er gelandet ist In der Zwischenzeit Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt im Moment besser wissen Als ich Ähm Wo sind sie denn, die Allstars Äh, ja Nach wie vor auf Platz 2 14 Sekunden Rückstand auf den David Putzke, die sind ja irgendwie so fast zusammen Aus der Box gekommen Da waren es 6 Sekunden, also der David Macht da jetzt Alarm Ähm Muss man mal gucken Also Ja Das ist so ähnlich wie bei OGC Der Äh Nikolai, der hier auch Der Leistungsträger ist So ähnlich ist das hier mit dem David Putzke Und äh Naja Gucken wir mal Leistungsträger ist jetzt nicht So gemeint, dass die anderen jetzt spacken werden So Wollte das nicht verstanden werden Aber Die Jungs haben schon Ehrheblichen Anteil daran Dass die Teams so gut platziert sind Wobei OGC Das ist Einem wirklich in der Seele weh Die waren Durchaus in der Lage Ähm Hier Mehr zu reisen Das Ganze hat angefangen mit Wir haben lange lange Zeit in Führung gelegen Am Samstag Und ähm Das ging dann los Mit dem Unfall Von Nikolai Und dann Kam Der Olli Schlapps ins Auto Auch der hat nochmal einen Unfall gebaut Und dann Waren sie irgendwie Platz 3, Platz 4, Platz 5 Und jetzt sind sie leider Gottes nur noch siebter Nach dem Restart Gab es oder während des Restarts Gab es wohl eine Kollision Mit dem Auto Und ähm Ja Und Ja Oder er hatte eine Kollision mit dem anderen Auto Obwohl nicht seine Schuld war Und dann Ja Nochmal einen Platz nach hinten gegangen Mussten sie frühzeitig nochmal rein Ja Was ist das hier? Da haben wir den David Putzke Den Führenden Der P2 Und Wir haben da vorne Ronny Hähnel Den Führenden der P1 Wäre jetzt schön Wenn jetzt noch Allstar dahinter wäre Von der GT Klasse Dann hätten wir die drei Führenden hier Im Bild Aber das werden wir wohl Frühstens zum Schluss sehen Und der Ronny brennt da vorne wieder im Feuerwerk ab Einzig Kuba Brzynski Kann da Zeiten mit den Seien Zeiten dagegen halten Auch der Edgar Ruiz Von Comunidad JDT P1 Ist hier Mit ähnlichen Zeiten Also unter 3,20 Unterwegs Alle anderen hier Sind deutlich über 3 2 Oder Ja Sind über 3,20 Deutlich Relativ 3,21 Ist nicht zwingend deutlich Aber Ist halt schon drüber Und Ja und das dann auch Mit über einer Sekunde Gucken wir nochmal so ein bisschen Zu den GTs Da haben wir tatsächlich Den Martin Putzke Schauen wir mal Der Da Wohl Überholt wurde Vom Sergi Pellissier Von Extreme Factor Allerdings fahren die Mehr oder weniger Identische Zeiten Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher Ob der wirklich Überholt wurde Aber die sind Gerade mal 1,3 Sekunden Voneinander entfernt Und Der Sergi hat auch Nur 7 Sekunden Rückstand Genau Die sind alle In einer Runde Die 3 Auf das Team Von Federsport Poland GTE Der Nikodem Wischniewski Und der Fährt allerdings Gut 2 Sekunden Schneller als die Beiden Ja Martin holt auf Kriege ich hier gerade nochmal die Ansage Markus ich hab's Vernommen Ist okay Wenn's nicht bei voller Fahrt passiert ist Sondern an der Sicheren Stelle Ist das alles in Ordnung Kann man das machen Das ist ja ausdrücklich Erlaubt So und das ist natürlich Jetzt eine spannende Geschichte hier Martin Futzke Holt Tatsächlich Auf 0,6 Sekunden Rückstand Aber wie gesagt Da vorne Der Nikodem Fährt den beiden So ein bisschen Da vorne 2,5 Sekunden Schneller In der letzten Runde 3,5 Sekunden Das ist ein bisschen Aber man sieht es, dass das so in etwa ähnliche Zeiten sind, ja, 356,6,4,6 für den Sergi und 356,6,9,8 für den Martin. Also das ist ja wohl der Brüller. Ja klar Markus, wo bist du denn? Oh Mann, endlich, endlich habe ich hier Abwechslung. Hallo Markus. Hallo Lutz, na, guten Morgen. Ja, guten Morgen, so kann man das sagen. Ich könnte auch guten Abend sagen, ich sehe keinen großen Unterschied im Moment. Ja, Mensch, ihr Helden, ihr Helden des Syrizes. Yo. Einmal und nie wieder, du, zu zweit. Das ist schon, das ist schon hart. Habt ihr es nicht schon mal gemacht in der Multilead? Ne, ähm, da sind wir fast alleingefahren. Ach, da war immer Punch dabei, ne? Ja, genau. Der hat uns da ja ein bisschen unterstützt. Das ist, ähm, ich meine, ist okay, ne, aber das ist schon, das zählt ganz schön an den Nerven. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, in welchen Abständen wechselt ihr so? Zwei Stands, drei Stands, vier Stands? Eigentlich haben wir keinen richtigen Plan gehabt, das war jetzt so situationsbedingt. Ähm, Mano ist, glaube ich, etwas über vier Stunden am Stück in der Nacht gefahren. Ich bin dann so um halb sechs eingestiegen. Ähm, ja, bis jetzt gerade, sonst, ich wollte eigentlich noch ein Stint dranhängen, aber ich musste leider, äh, nach meinem Boxenstopper das Force Feedback weg. Ja. Und, ähm, ich hatte das jetzt so in Erinnerung, dass wir ja halt beim technischen Defekt, in Anführungsstrichen, äh, die Möglichkeit haben zu wechseln, wenn es denn, äh, vorsichtig passiert, irgendwo nicht, äh, bei Top Speed. Ähm, das haben wir dann gemacht und jetzt hat Manuel das Auto übernommen. Mal gucken, ähm, wir haben jetzt keinen Plan, wie lange er fährt, äh, einfach so, solange es gut geht. Ja. Dann, ähm, vielleicht fährt er zu Ende, ich weiß es nicht, vielleicht sagt er irgendwann, ich hab Hunger oder sonst irgendwas. Und dann gucken wir mal. Das ist nicht dein Ernst, oder? Der fährt jetzt nicht, nicht, nicht zu Ende. Also, das mag ich jetzt nicht glauben. Ah, äh, weiß es nicht. Also, er, äh, er wird jetzt sicher, ich denke, dass wir noch einmal wechseln, ja, aber dann mit einer kurzen Pause, aber Manuel, ähm, nicht mal wir zu Ende fahren, ja. Wir haben noch fünf Stunden durch, ich weiß es nicht. Ja, aber da sind wir ja jetzt so aufgefahren. Oh Mann. Ja. Das ist natürlich, ja gut, aber ich denke mal, ähm, ihr seid auch gut motiviert, weil die vierte Position, die ist, glaube, sehr, sehr gut, ähm, und, äh... Ja, mehr als erwartet. Ja, und, und ich glaube, das ist auch jetzt für euch, also du und Manu, Manu und du und, ähm, ja, auch, wenn auch mit Pantöfer, ähm, dann schon, ich glaube, das ist so ziemlich beste Ergebnis, was ihr bisher in einem 24-Stunden-Rennen eingefahren habt. Oder wart ihr schon? Wart ihr schon mal? Nee, ähm, in einer GT haben wir es schon mal auf dem Podium geschafft, ja. Ah ja, okay. 2008 war es, glaube ich. 2007 war 2008, meine ich. Ach Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Schon ein bisschen, deswegen fahren wir jetzt ja auch ein Altherren-LMP, ne? Ja, okay, ja, ja. Na ja, gut, das ist, äh, wie gesagt, wir haben andere hier, äh, wir diskutieren gerade hier bei einem Team, um den Fahrer, ob wir den, das Team jetzt, äh, zurückpfeifen, dass die den nicht mehr einsetzen. Und, äh, das werden wir nachher versuchen zu klären. Ja. Der Teamchef sitzt momentan selbst im Auto, also das müssen wir irgendwie, das ist gar nicht böse gemeint, sondern der Junge ist einfach überfordert in dem Fahrzeug. Und, ähm, ja, da müssen wir halt irgendwie reagieren. Und, ähm, gut, werden wir sehen. Aber, dann lieber in ein Altherren-Auto, als dann sowas riskieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich auch im LMP1, ja, euer Rennen gefahren werde, oder? Ähm, denke ich doch. Aber, wie gesagt, wir hätten es wahrscheinlich auch gemacht, ähm, wenn wir, äh, die Möglichkeit gehabt hätten, mit zwei Autos in einer Klasse zu fahren. Nein, weil es dann auch die Vorbereitung, äh, einfach, äh, viel einfacher gestalten würde. Weil wir, ähm, ähm, ne, du weißt ja um Sebastian, das ist ja, unser, unser Brain, sag ich mal, der ist, äh, der lässt sich dann ja auch das Setup-Bau nicht nehmen. Und, ähm, wir geben da halt immer unser Feedback, ähm, wenn er irgendwelche Veränderungen gemacht hat, wie es ist, ob besser oder schlechter. Wir können selber natürlich auch Sachen mit einbringen, was wir auch machen. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, ist er da schon ganz gut dabei. Und, äh, ja, gut, er musste sich jetzt quasi, äh, musste quasi zwei Autos fürs Rennen vorbereiten, ne, und das wäre sicherlich noch ein bisschen einfacher gewesen, wenn wir dann ein Fahrzeug in einer Klasse, oder zwei Fahrzeuge in einer Klasse gehabt hätten. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir so ein buntes Starterfeld, ne, drei volle Klassen. Ja, von der Frage. Ja. Und es funktioniert eigentlich alles sehr, sehr gut. Ja, ich hatte es, ich hatte es, glaube, im Verlauf des Livestreams schon mal gesagt, der Grund im Prinzip war ganz simpel, wir sind davon ausgegangen nach der Pleite in der Multileak. Und nachdem wir dann gesagt haben, okay, ähm, hier, wir machen gar nichts mehr, haben wir gesagt, wir reduzieren das auf zwei Autos pro Team und, ähm, und die müssen dann halt auch, ähm, aus, äh, in verschiedenen Klassen starten, ähm, einfach, äh, gut, dass dann doch so viele kamen. Wir haben es wirklich nicht, also ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es wirklich nicht geglaubt. Und, ähm, allerdings verschätze ich mich da jedes Jahr regelmäßig. Das ist aber besser so rum als andersrum. Und, ähm, natürlich habe ich mich sehr gefreut über die, über den Zuspruch, aber letztendlich, ähm, muss man immer schauen, dass man das so einigermaßen ausgeglichen hinkommt. Und, ähm, wir kennen ja leider unsere Partner immer. Und wenn, wenn wir nicht so oft schon vorgeführt worden wären von einzelnen Teams leider immer nur. Äh, upsala! Oh, da ist es, da steht SimSync Pro ganz blöd. Ausgangs-Termost an, aber alles ist gut gegangen. Okay. Der sitzt im Auto, der Achim? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, der Achim ist im Auto, ja. Ja. Und, ähm... So, dann gehen wir mal zu Putzke und Vogel. Ja, die sind da wohl auch noch, also da wird Putzke und, ähm, da muss wohl wieder, äh, muss irgendwas passiert sein. Das ist jetzt so ein bisschen der Brüller schlechthin, dass Allstar da jetzt doch noch rangefahren ist. Wie auch immer das, ob es mit dem Restart zu tun hatte. Ich meine, die hatten irgendwann mal gut zwei Runden Vorsprung. Bei dem Restart werden sie eine Runde eingebüßt haben und dann, ja, wird das wohl... Ja, gut, dann wahrscheinlich ein Boxenstopp mehr. Ja, wahrscheinlich. Und dann nochmal ein Restart und dann waren sie im Prinzip dran. Ähm, jetzt müssen wir erst mal gucken, wo die Herrschaften überhaupt sind. Ähm... Genau. So. Weil was die beiden Teams da abziehen, das ist schon Hammer. Also allein 26er Zeiten im Rennen zu fahren. Für mich wirklich. Ich will jetzt einfach mal behaupten, äh, wir haben wirklich ein gutes Setup. Wir haben ein gut abgestimmtes Auto. Ähm, äh, alles toll. Äh, aber da sieht man, da muss ich ganz ehrlich eingestehen, da sieht man dann wirklich mal die Fahrerunterschiede. Und da kann ich nur... Ich hab zwar keinen Hut, ja, aber wenn ich einen hätte, würde ich ihn gar nicht vollziehen. Das ist schon echt heftig. Ja, gut. Also momentan ist der Jörg wieder sieben Sekunden zurück. Ähm, aber der David Putzke, äh, schickt sich hier gerade an, den Kevin Hirsch zu überholen im LNP-Hals. Wo da ist der Kevin da gerade eben vorbeigegangen. Ich geh mal... Ja, das hatten wir ja im Laufe des Rennens. Ja, machen wir. Ja, nee, nee, also... Das ist schon, schon ziemlich spannend. Wo ist das Kino? Ja. Ja, wie gesagt, also, dass wir da dieses Jahr dann doch, äh, über 70 Team-Anmeldungen hatten, damit haben wir nicht gerechnet. Also, ja, wie gesagt, mit nur zwei Autos pro Team. Letztes Jahr hatten wir etwas über 100 mit drei Autos pro Team. Also hält sich das so mehr oder weniger die Waage. Ähm, was das, was, ja, die Anmeldungen betrifft, sind halt wieder dieselben. Dieses Jahr gaben noch ein paar Spanier dazu. Und, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die nächstes Jahr nochmal fahren werden, weil die Sprachbehörden oder Sprachbarrieren sind doch ziemlich hinderlich. Arg. Ja, und, ähm, ohne die Hilfe von den Teams, die hier schon ewig fahren, von den spanischen Teams, die dann in den Briefings dann nochmal in Spanisch übersetzt haben, wäre das echt miharig geworden, das Ganze. Ja, man muss natürlich jetzt, wenn man, wenn man jetzt so ein Rennen, ähm, ich sag jetzt mal so ein, so ein internationales Rennen, äh, hier ins Leben, äh, ins Leben ruft, muss man einfach damit rechnen. Ähm, was natürlich jetzt, man muss jetzt wirklich aufpassen, was man sagt, aber normalerweise sollte es funktionieren, weil wenn, wenn, äh, ein Fahrer im Team wenigstens der englischen Sprache mächtig ist und das dann die Information auch so weitergibt, dann ist das ja in Ordnung. Und bloß, wie willst du das nachprüfen? Und das ist halt das Riesenproblem. Ja, ja, richtig, richtig. Und du merkst es ja dann im Briefing, wie viele Fahrer dann fragen, ähm, ja, nachfragen, weil sie es nicht verstanden haben und, ähm, das ist dann halt schon, ja, und dann weißt du halt ganz genau, wie viel die von Regeln gelesen haben. Ja, oder der Klassiker, nobody leaves the pits, ne? Das ist ja, das ist ja immer so ein Running Gag. Ja, 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 gut, das ist leider so, aber, gut, der Martin Putzke verliert jetzt so ein bisschen Zeit auf den Sergi, ähm, aber Alpha Racers, der Juan Perez, ist da ein bisschen aufzuholen in Richtung Sim Race 3. Das, da würde es um den dritten Platz gehen, in der GT. Ja. Da schiebt er fast den LMP hier noch vor sich her. Ja, also das ist schon ziemlich coole Nummer, alles, was wir hier heute erleben. Ich sag mal, die, die, die Restarts gestern in der Nacht, das war halt, äh, das ist einfach mal dumm gelaufen. Und, ähm, naja, und ich sag mal, dann lief's ja, Gott sei Dank, bis zum, bis halb acht. Und dann gab's halt nochmal ein Mismatch, also, ja, wie gesagt, ne Strategie aufzubauen auf 24 Stunden, das weiß ja mittlerweile jeder, dass das nicht funktioniert. Ähm, es sei denn, man tut es, man, man entscheidet sich bewusst dagegen. Also, bei Sebastian kann ich mir das sehr gut vorstellen, der sagt, nee, wir, sowieso Restarts, also, äh, machen wir das mal jetzt auf, ja, auf so fünf, sechs Stunden Stints, das Ganze. Und dann läuft der Server durch. Das ist ja nun auch schon vorgekommen, jetzt nicht unbedingt, weil, äh, weil Sebastian sich das so ausgerechnet hat, aber wir hatten ja auch schon insgesamt drei Rennen, wo der Server durchlief. Naja, gut. Ja, ich sag mal, man ist halt immer auch so ein Stück weit geprägt von Sachen, die passiert sind und, ähm, man versucht, die Probleme auszumerzen, aber, ich weiß nicht, du sagtest, glaube ich, auch heute, ähm, irgendwie, ein Phänomen hat man immer. Man macht alles, um diese Probleme auszumerzen, dann sicherlich auch mit diesen, äh, Zwangs, äh, Restarts, ist sicherlich eine gute Idee, aber du weißt natürlich nicht, was dann sonst noch passiert, ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn du, wenn du in einer Klasse fahren würdest, von mir auch dann auch mit 45 Autos, aber dass man die, 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 die Mod-Unterschiede nicht hat, in dem Sinne, ähm, das würde vielleicht auch was bringen, aber... Ja, es hat mir eine gute Idee und da ist es auch passiert, aber, ähm, nee, ich glaube schon, also, guck, die, 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 die Engländer sind ja letzte Woche im 24-Stunden-Rennen mit 14 Autos gefahren, da ist überhaupt nichts passiert. Also, es ist schon eindeutig eine Sache der Last und, ähm, die hatten auch ausschließlich Fahrer aus England am Server, keine Leute, die von weiter her kamen. Ich denke, das spielt auch eine Rolle, Verbindungsqualitäten und, ähm, ja, das ist halt, das wird alles irgendwo zusammenspielen. Äh, ich meine, wir brauchen kein 24-Stunden-Le Mans-Event mit, mit 25 Autos starten. Das ist irgendwo... Ach, um Gottes Willen. Und, ähm, wir haben es ja auch in der Multiliga erlebt, wenn wir da deutlich unter 30 Autos hatten, dann waren das alles super Rennen. Ähm, aber dafür eignet sich das nun mal nicht, ein Le Mans-Event mit mehreren Klassen. Was willst du denn machen mit jedem, irgendwie sieben, acht Autos in jeder Klasse, das ist ja irgendwie witzlos. Und, ähm, naja, wir werden mal sehen. Also, ich muss mal mit mir selbst diskutieren, ob wir dieses Jahr nochmal in einer Klasse dann Badhurst fahren. Das war so geil letztes Jahr, das würde ich gerne nochmal wiederholen. Und, ah, dann muss ich gucken, wie ich es Zeit finde. Und, ähm, ja, und dann machen wir das neunte und die zehnte Ausgabe dieses Rennens. Die machen wir noch voll. Dann geben wir uns allmählich zur Ruhe. Ja, dann einfach mal gucken, was die Zukunft bringt. Und ich denke, dann, ähm, so in zwei Jahren oder anderthalb Jahren, ähm, sollte sicherlich auch mit Airfaktor 2 ein bisschen weitergehen. Wäre ja jetzt eigentlich schon möglich. Also, wir hätten, ne, wir hätten jetzt durchaus gesagt, wir machen das auf Airfaktor 2, bloß weil wir uns, oder weil ich mir so sicher war, dass wir schon mit Airfaktor 1 nicht genügend Anmeldungen kriegen, ähm, habe ich den Gedanken an Airfaktor 2 gar nicht weiter verschwendet. Weil, da wären es ja dann noch weniger geworden. Und, ähm. Und, ähm. So, um einen, der Hauptgrund, da wird auch sein, ähm, aufgrund der Performance-Lastigkeit, ne, von Airfaktor 2 momentan. Also, wenn du da jetzt mit mehr als 20, 25 Fahrern am Start bist, schwierig. Also, ich könnte so ein Event nicht mitfahren. Ja. So, jetzt mit meiner Hardware, ne, da müsste man dann auch erstmal wieder draufrüsten. Naja, dann muss man das Spiel kaufen und, ähm, und her, was ja die Airfaktor 1 Leute kaum gewohnt sind ohne Airfscannen, würde wahrscheinlich hier überhaupt keiner mit einer legalen Lizenz rumfahren. Oder die wenigsten, sagen wir mal so. Ähm, das ist halt immer so eine, so eine Geschichte. Ja. Naja, im Großen und Ganzen können wir eigentlich recht zufrieden sein. Band wird das Ganze hier sicherlich noch mit Notox 1 und Simulizing PL in der LMP 1. Also, ähm, ja, wie gesagt. Ich war halt sehr erstaunt, dass auch der Sascha sehr, sehr gute Zeiten heute gehen konnte. Und, ähm, normalerweise... Normalerweise hängt er ein bisschen zurück. Da war der Sebastian im Teamsweek auch ganz schön redselig, was man sonst nicht macht. Ja, der, der, der Sigi, ähm, der ist da schon, ähm, der ist mal auf dem Punkt da, ne. Ähm, genau wie beim Panty. Ähm, du hast es halt oft im Training, ähm, da denkt man sich, ah, uh. Und dann, aber im Rennen, dann ist er da, dann ruft er seine Leistung ab, dann konzentriert er sich, dann macht er sein Ding und das eigentlich auch immer relativ, oder, nicht relativ, sondern sehr gut. Mhm. Ja. Ja, hier haben wir die Jungs von Simulizing PL. Die sind eine, eine Minute 50 hinter dem führenden Team zurück. Ich glaube, das sind jetzt schon Zeiten, wo man in der Realität von träumen würde, sowas mal zu erleben. Ähm, wenn man anderes noch für Augen halten, wie viel enge Finals wir hier schon hatten. Oder Finals wir hier schon hatten. Ja. Oh ja. Ne, dann ist das sicherlich so und, ja, OGC mit Oliver Schlaabs ist jetzt auf 10 Sekunden dran an, ähm, Ace Racing. Aber das sind sie nicht, da habe ich mich jetzt vertippt. Dann gehen wir mal dahin, da sind sie nämlich. Der Nikolai Essig war ja vorhin nach dem letzten Restart doch einigermaßen geladen. Also der hat da wohl irgendwie von einem GT in der Formation Lab eine mitgekriegt, sodass sie hinterher in die Box mussten. Ähm, ja. Ja, das, ähm, war natürlich... Äh, an den Nerven, äh, auch blank. Ja, natürlich, natürlich. Also wenn du jetzt dann mit ihm diskutierst, der hat dann natürlich gleich, das muss doch ein Rieslad geben und eine Bestrafung und weiß ich nicht was. Und wenn du anfängst mit ihm darüber zu reden, dann, dann schaukelt sich das hoch, das bringt gar nichts in dem Moment. Und, äh, wahrscheinlich 10 Minuten später hat sich das schon wieder fast beruhigt. Ähm, man versucht dann halt das Beste aus der Situation zu machen. Ich denke mal, er weiß das auch ganz genau, dass das gar nicht möglich wäre. Ähm, ja. Und, äh, ja, jetzt grüßen sich hier die Schwester-Teams von OGC. Genau, und, ähm, ich meine, die haben heute so einen geilen Job gemacht, die Jungs, die können echt stolz auf sich sein. Die haben ja wirklich, äh... den ganzen Samstag geführt. Und, ähm, ja, da kann man wirklich stolz drauf sein. Und, äh, dass das andere, das waren wirklich vorkommend im Rennen. Bei Nikolai der Unfall, dann der Unfall von Olli Schlarps. Und dann waren sie die Führung erst mal deutlich los. Und dann ist halt eins zum anderen gekommen. Da muss man sich nicht... Natürlich ist es ärgerlich, ne? Also, wenn man so gut unterwegs war. Aber, mein Gott, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Guck mal, was ist... Das ist Racing, ne? Ja, richtig. Der Panty erzählte mir jetzt letzte Woche ja, oder ist das schon vorletzte Woche gewesen, ich habe einen Jetlag, äh, beim 24 Stunden der Nordschleife. Der hilft da ja bei, bei einem Team aus. Und, ähm, eine Viertelstunde vor Schluss rief der Fahrer an, hör, mein Auto ist krumm. Und, äh, ja, das passiert halt einfach. Und das ist halt bei uns im virtuellen Bereich, hast du halt, äh, solche Geschichten. Richtig. Richtig. So, gucken wir mal nochmal ein bisschen weiter nach unten. Ähm, 12, 3 Sekunden. Oh, 1,15, Resfree. Javi Gonzalez. Gucken wir mal hin. In einer Runde? Ja. Achso. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ähm. Ähm, ja, das ist ein direkter Kampf um die dritte Position in der GT. Resfree gegen Alpha Racers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass die Alpha Racers es wieder geschafft haben, in Podiumsnähe zu fahren. Momentan fahren sie auf dem dritten Platz. Aber der Javi hat in der letzten Runde eine 59, 3,59 gefahren, während Juan Perez für die Alpha Racers eine 3,55 gefahren ist. Also gehe ich mal davon aus, dass der da jetzt, ähm, halt haben wir da nur ein Manöver verpasst. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Das ist immer schwierig, hier drei Dinge gleichzeitig zu machen und dann noch das Scoring im Auge zu behalten. Aber, ähm, nichtsdestotrotz, die Jungs hatten vorhin eine Situation, da habe ich echt Angst gehabt, dass die richtig böse werden. Ähm, und zwar beim vorletzten Restart, haben die in der Runde, wo der Mismatch passiert ist, das Gillis Racing Team, ähm, hatten die einen Disconnect. Und, ähm, der, und Alpha Racers ist an denen, war dann mit denen in einer Runde. Ja, ja, ja. Und, äh, jetzt haben wir aber, weil wir können ja nicht das, die Reihenfolge nehmen, die in dem Moment, wo es, also in der Runde, wo es, wo irgendwas passiert ist, sondern wir müssen eine Runde früher nehmen. Somit war die wieder zurück. Vor allem Disconnect. Ja, ja, genau. Und, und Gillis Racing hatte seinen alten Platz wieder und die waren dann halt wieder eine Runde zurück. Das hat eine ganze Menge Diskussionen gegeben, ähm, ganz sachlich. Also, war wirklich nicht, nicht anstrengend oder so. Aber, ähm, es hat eine Weile gedauert, bis er dann das auch akzeptiert hat, dass wir diese Runde halt nicht wiederherstellen können. Und dann hatten wir ja noch das Phänomen, dass in dem Plugin dann auf einmal 60 kmh Pit Speed eingestellt waren und sämtliche Teams in der Boxengasse, also, der Micha Schlaabs und ich, wir haben nur reihenweise, äh, diese Strafen rausgenommen und ich hoffe mal, dass da nicht allzu viele Teams eine Strafe abgesessen haben, weil da konnte nun definitiv keiner was dafür. Wenn es jetzt passiert ist, können wir jetzt im Nachhinein auch nichts mehr ändern, weil die beiden erst mal auszurechnen, wie lange die da gebraucht haben und dann auch für alle da zurückzurechnen, nee, also, sorry, Leute, so weit geht dann die Liebe dann auch nicht. Und, ähm... Aber das, das ist ja, äh, ich, du weißt ja, ja, äh, wie du in die Box reinfährst und man fährt ja meistens auch nicht so knapp rein, äh, dass es dann wirklich so auf Messerschneide ist, besonders nicht in der Nacht, wo es halt anfing mit diesen, äh, Strafen. Ja, das war nachdem wir die Start, als wir den Server gewechselt haben und da war auf dem Plugin waren 60 kmh eingestellt. Ah, jetzt verstehe ich das, ja. Ja, ja, und deswegen haben die alle diese, diese Strafen, das hat hier jeder bekommen, jeder, der in die Box gefahren ist, hat diese Strafe bekommen und, äh, bei der Einfahrt und dann nochmal bei der Ausfahrt. Und, ähm, ja, also pro, pro, ähm, pro Boxenstopp zwei Strafen. Und, ähm, das ist natürlich dann, äh, das war so ein bisschen, deswegen war ich gar nicht so, so ärgerlich, als der Server dann, als dann nochmal diesen Missmatch gab, dass wir nochmal gestartet haben und das auch nicht einstellen konnten. Dafür fahren wir jetzt neun Minuten länger als vorher, aber gut, das werden wir dann auch noch hinkriegen. Zwei Runden. Ja, nicht mal ganz, also, ja, für die LMPs vielleicht grad so, ja. Jo, Lutz. So, ich werde jetzt mal ein bisschen was essen gehen. Ja, das mach mal. Ich hab noch gar keinen Hunger. Wurde auch schon gefragt, wieso ich denn nichts esse. Also, mir, ich weiß nicht, ich hab überhaupt keinen Hunger. Wahrscheinlich die Aufregung, Anspannung. Ja, das ist so ein bisschen, ich, ehrlich gesagt, ich bin, hab schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal auf den Balkon gehe, um eine Zigarette zu rauchen. Ähm, in der Befürchtung, wenn ich zurückkomme, habe ich hier wieder irgendwie die Lobby von Air Factor vor mir. Ähm, nee, nee, aber es ist halt, ähm, ja, das ist halt so. Also, ich meine, das ist schon irgendwo auch ein bisschen Herzblut hier drin und sonst wird man das wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Und, ähm, wobei mein Anteil sich ja nun relativ in Grenzen gehalten hat bei diesem Event. Hauptarbeit haben ja der Michael Schlafs und der Sebastian Röhn gemacht. Also, von daher, ähm, nichtsdestotrotz, äh, irgendwie, es ist halt schon auch noch irgendwie meins. Ich weiß auch nicht. Und, ähm, ja, und das ist halt dann auch schön, wenn man sieht, dass das so gut funktioniert. Man muss das mittlerweile ja auch als Community sehen. Ja, das ist ja irgendwie ein Ganzes, ohne dass es jetzt sentimental klingen soll. Aber das ist, äh, guck mal, wie viele Teams, wie... Ja, jetzt geht's los. Ja, Wischniewski hier vorbei an Gonzales. Jetzt muss ich mal hier eben gucken. Aber das ist eine Überrundung gewesen. Oder ein Zurückrunden. Wo fährt denn der Gonzales? Oh ja, das waren Zurückrunden, tatsächlich. Naja, da gibt's natürlich jetzt auch blaue Flaggen, aber das ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt da so mörderisch dagegen hält. Der hat irgendwie, ähm, 231 und der Gonzales hat 235. Er hat vier Runden Vorsprung. Also, er soll sich mal... Ja, ein bisschen... Jetzt ist ja der Abstand noch groß genug. Ja, wie gesagt, also Community ist das... Vielleicht schlägt das Potter. Ja, ist das... Community ist schon irgendwo richtig. Ähm, ist es natürlich nicht wirklich, aber wenn man dann halt die Leute, wenn man irgendwas ankündigt und die kommen dann auch wieder alle, dann ist das natürlich schon toll. Jojo, Lutz. Dann vielleicht mal bis später. Alles klar. Okay, dann lass ich dich mal ganz schnell alleine. Guck mal, dass du das hinbekommst. Ciao. Ja, ich weiß ja nicht, was es ist. Also, keine Ahnung. Okay, also, viel Glück und danke, dass du da warst. Bitte. Tschüss. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, das ist ja mal eine nette Geschichte. Also, das ist die erste Zurückrundung, die ich so direkt mitbekomme. Mag ja schon öfter passiert sein, aber sehen habe ich das bisher nicht. Ja, da kann man doch sagen, das ist eine ziemlich coole Nummer. Was ich nicht so toll finde, ist, der Leistung im Englisch-Spanischen Channel, dass das jetzt doch nicht so geklappt hat. Vorgesehen, Bania hatten schon, ja, ein Scheduler, ein Scheduler hat mir abgegeben, wann sie was übertragen oder wann sie moderieren können. Sie sollten sich das eigentlich mit den Jungs, äh, mit dem Craig Moore und dem Patrick Scholten teilen. Weiß ich nicht, ob die jetzt pennen gegangen sind und zum Schluss nochmal wiederkommen, um dann wenigstens den Schluss zu, das Ende zu moderieren. Und jetzt müssen wir mal schauen, was hier gerade abgeht. Ist das ein direkter Fight oder ist das kein direkter Fight? Escape Masters jetzt in der Box, da müssen wir mal schauen, was hier das Scoring sagt. Escape pressed. 6 Minuten 49. Ich werde wahnsinnig. Jungs, was macht ihr denn? Eieieiei. Und die waren so gut unterwegs, die Damen. Ja, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Ich kann es noch gar nicht so wirklich glauben, aber es ist tatsächlich so. Wir kamen irgendwo auf der Strecke, im letzten Sektor, mussten die Escape drücken. So, Notox 1 führt jetzt mittlerweile mit zwei Minuten vor Simracing PL. Ist jetzt auch nicht wirklich verwunderlich, weil der Ronny da vorne hammerharte Zeiten fährt. Und der Patrick Jaskulski so mehr oder weniger ja, um die drei Sekunden langsamer ist. Zweieinhalb bis drei Sekunden. Aber, was ich wohl glaube, ist, dass, wenn das so weitergeht, Federsport Poland, die ja auch zu zweit unterwegs sind, da eventuell noch um die zweite Position battlen werden. Und spannend wird es auch nochmal um Platz vier. Edgar Ruiz fährt momentan vier Sekunden schneller als Christian Lehmann. Und sie sind natürlich auch in derselben Runde. Und, ja, da wird es wohl vielleicht auch irgendwann ja, das sind so sechs, sieben Runden, wenn das so weitergeht mit diesen Abständen. Ja, das ist so, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und auf der 11 Das Team von MSRF2 Motorsport P1 Auf der 12 dann Tercap Motorsport FI Auf der 13 das Team von MSRF2 Motorsport Na komm mal wieder ein bisschen runter hier genau So und ganz zum Schluss fährt tatsächlich das Team auf der 14. Position Vortex Motorsport LMP1 Ich hoffe mal der steht in der Box Oder ist der schon wieder draußen? Ne der fährt eigentlich Warum sehe ich den dann nicht? Sehe ich jetzt mal gerade nicht so ganz Definitiv ein Boxenplatz des Simres TV Autos Aber Ach ja falsch Nummer gedrückt Genau da haben wir sie Die Jungs Und da fährt immer noch der Robin Ricke Der ist da auch schon eine Weile unterwegs Mal gespannt Ob der Rest vom Team da Denn noch dazu stößt Oder wie lange er fährt Genau das war die LMP1 Klasse Kommen wir mal zur LMP2 Aber da muss man jetzt so wahnsinnig viel nicht sagen Einzig dass es ein bisschen spannender geworden ist Um den Sieg hier in der Klasse Independent Sim Racer P2 Die LMP2 sind mittlerweile nicht mehr so souverän auf Platz 1 Da waren ja teilweise bis zu zwei Runden Vorsprung Ähm Allstar Racing ist momentan Ja gut 17 Sekunden zurück Und das nach einem Unfall von Jörg Vogel Um 9 Uhr paarunddreißig ist das passiert Ja wie gesagt Also Allstar auf der 2 Da haben wir sie Auf Platz 3 Vortex Motorsports Deutlich erfolgreicher als das Schwesterteam in der LMP1 Nämlich hier momentan auf Podestkurs Und auch mit Ja mindestens drei Runden Vorsprung vor dem viertplatzierten Nämlich Notox Racing P2 Die haben wir hier Und weitere drei Runden zurück dann auf Platz 5 Das RSA Project Oder Projekt 24 LMP2 Hier mehr oder weniger Erste Erfahrungen in Der lang Auf der Langstrecke Sammeln Allerdings schon auch mit Unterstützung Von Leuten die das schon mitgefahren sind So und Dog Racing ist auf der 6 In der gleichen Runde Ne stimmt nicht Gar nicht Doch mit RSA In der gleichen Runde Und zwar eine Minute 20 zurück Da haben wir sie Auf der 7 dann die Extreme Racers Das Extreme Racers Endurance Team Auf Platz 7 Also Klassenplatz 7 Gesamt Blossmoor sind sie 20 Auf der 8 dann Witchwood P2 Auf der 9 SimSync Pro LMP Dann sehen wir hier eine Überrundung Von LMP1 gegen LMP2 Beim Rausbeschleunigung Haben wir gesehen So Oder sind das überhaupt Ne Das ist doch auch ein LMP2 Wer ist denn das da dahinter Raphael Venteo Ja Ja der fährt noch hinter Der würde sich zurückrunden Also das ist auch Entschuldigung Wie gesagt Nochmal der Hinweis Ich hab hier ein ziemlich schlechtes Bild was ich hier kommentiere Ist das auf den ersten Blick Da sind sie Ja da sind sie Schwarz-Rot-Gold markiert das Auto und auf der Position 11 haben wir Simracing PL Raceboard genau auf der 12. Position in der Klasse Gesamtplatz 25 haben wir die Alpha Racers LMP ups Alpha Racers LMP 2 mit Raphael Vanteo das war gerade der Fight den wir da gesehen haben gegen Achim Enbach der versucht sich da zurück zu runden das ist jetzt wohl auch ein bisschen gescheitert also zumindest ist der Abstand jetzt wieder etwas größer geworden ja und dann auf der Position 13 das Team von ja und das ist das Ende der Klasse in dieser Klasse sind nur 13 Fahrzeuge waren nur 13 Fahrzeuge erlaubt und dann nehmen wir uns jetzt noch schön Zeit auch für die GTE Klasse das wird Allstar am meisten freuen weil die führen da eigentlich schon ich kann mich nicht in den Sinn wie lange schon ähm genau da sind sie in ihrem ersten Martin und ja die führen da halt einfach so genau und zwar mit zwei Runden Vorsprung auf das Team von Gillis Racing die haben wir da die auch einen ausgenommen guten Job machen ausgesprochen guten Job machen wollte ich das sagen also die auch von Anfang an ganz vorne mit dabei waren da gab es zwar am Beginn des Rennens ein paar Verschiebungen gerade auch zwischen Gillis Allstar Similis 3 Alpha Racers Pulse RFTT Similis in 4land die haben auch teilweise geführt ja also das waren so war da am Anfang so ein bisschen durcheinander noch ein bisschen Kuddelmuddel Eugmann hat es sich einsortiert und seit der Zeit fahren die da auch ziemlich graf hintereinander her das einzige was noch wirklich spannend ist ist dann auf Platz 3 Similis 3 aus Spanien da haben wir sie weil die haben lediglich 3,5 Sekunden Vorsprung auf die Alpha Racers und die sind in derselben Runde sind hier gerade dabei den Miguel Gallego zu überholen jetzt muss ich erst mal gucken wo der überhaupt fährt oh bei den Alphas das ist ja der Alpha Racer man Yari Stark ist dahinter okay der ist überrundet worden das ist OGC GT die fahren auf der 15. Position der Klasse also der Miguel hier jetzt dann auf dem Weg in Richtung Modest Platz 5 für PULS RFTT Motorsport mit dem Andrea DiGello im Moment am Steuer gucken wir mal da auch hin da haben wir sie und auf der sechsten Position Gesamtrang 32 für Simracing for Holland hätte man auch gar nicht kommentieren müssen weil die erkennt man wirklich sofort ups da wollte ich nicht hin ja dann auf der 7 ORM Corse Marco Felix im Cockpit ja Gesamtrang äh Position 7 in der Klasse Gesamtrang 33 jetzt wird es ein bisschen haarig jetzt muss ich erstmal gucken ob die überhaupt fahren oder ob die eventuell mit einer Strafe irgendwo stehen ne die sind die machen ganz normalen Boxenstopp und das gucken wir gleich mal was das hier ist welche das sollte wohl die müsste ich mit der Zahlenkombination auf ja da kommen sie auch gerade raus aus der Box das ist Bitchwood hier jetzt auf Position 8 hier ins Rennen gehen und Gesamtrang 34 dann haben wir das ne Moment das stimmt gar nicht hinter Bitchwood doch ist richtig KSM Simracing Team von dem wir uns heute eigentlich ein bisschen mehr versprochen hatten nachdem der Andi Schmicht gestern da alles in Grunde Boden gefahren hat und auch das der Beginn des Rennens sehr gut lief für die Jungs aber Platz 9 in der Klasse ist jetzt so schlecht nicht weil die Klasse ist ziemlich groß und fast 18 Fahrzeuge so dann haben wir das Team von ähm Moment Escape Masters genau auf der Position 10 Gesamtrang Gesamtrang 36 der Stanislav Danilov ist da momentan im Cockpit und die Jungs hatten wirklich ganz ganz viel Pech die hatten jetzt nach dem Rista zwei Disconnects waren eigentlich mit in den Top 5 unterwegs ja das ist bitter so und dann haben wir auf der elften Position und Gesamtrang 37 das Federsport Bullen GTE Team gefolgt von Extreme Factor GT Racing Team Platz 12 in der Klasse 38. Gesamtrang hier auf der Position 13 ne Moment habe ich jetzt die Extreme Factor GT ja die hatte ich genau Independent SimRacer GTE auf der 13 und dann auf der 14 das RSA Project GTE Team momentan mit dem Enrico Herzig im Moment das stimmt nicht da habe ich jetzt was falsch getippt da sind sie genau ähm ja Gesamtrang 40 auf dem 41. Gesamtrang und in der Klasse auf Platz 15 fährt das Team von OGC GT 16. Platz für R Factor News Pro Team in der Klasse 42. Gesamtrang am Steuer momentan der Jose Berzosa Ja und unser doch mittlerweile schon lieb gewordenes Team GT Racing wir haben heute hier nicht so wahnsinnig viel gerissen waren auch schon etliche Events hier mit uns mit der Jesus Lamas ist da momentan am Steuer Platz 17 in der Klasse Platz 43 Gesamt und der letzte in der PT Wertung hier mit ganz ganz viel Pech unterwegs waren Unfälle Disconnects und 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 ähm die VAL Sim Racing Belgium muss man mal gucken dass wir die auch kriegen da sind sie und die hier momentan mit Ben Küpers am Steuer ja wie gesagt Gesamtrang 44 18 und somit leider letzter in der Klasse aber das hat sich von Anfang an abgezeichnet das hat sich durchs ganze Rennen gezogen wie ein roter Faden bei den Jungs tut mir echt leid für die und vielleicht sollten wir trotzdem noch mal erwähnen dass wir ganz am Ende hier ein LMP1 Fahrzeug haben nämlich das von Vortex Motorsport mit dem Robin Ricke und die haben tatsächlich drei Stunden in der Nacht repariert woran auch immer Robin sagte mir am Motor jetzt wissen wir immer noch nicht an wessen Motor aber nichtsdestotrotz und es war kurz nachdem ich irgendwie ich weiß nicht ob das gehört hat oder ob das ein Zufall war jedenfalls hatte ich irgendwie von mir gegeben dass es doch ganz super toll wäre das ist das einzige Team was nicht mehr fährt und wenn die dann zumindest zum Ende des Rennens hin sich nochmal ins Auto setzen und zumindest die Ehrenrunde mitfahren und Pups war der Robin da und erzählte mir irgendwas das will ich hier gar nicht weiter wiedergeben den wahren Grund wollen ja nicht in die Pfanne hauen wir sind ja froh dass er dass er hier das Auto übernommen hat und ja ist da eingestiegen und das Fahrzeug bewegt und mittlerweile hat er noch neun Runden Rückstand auf das letztplatzierte GT Team auf die VRL Simracing BE und ich glaube das waren mal irgendwie ein paar 20 Runden ich weiß gar nicht genau es waren jedenfalls sehrrisch viele und ja schön zu sehen freue ich mich sehr momentan also das ist jetzt eigentlich das was Kiltessenz dieser Ranking Orgier die wir da gerade abgelassen haben ist alle 45 gestarteten Fahrzeuge sind noch im Rennen und ganz ehrlich ich hätte es nicht geglaubt es ist das erste Mal seit Benutzung dieses Rejoin Plugins dass das in dieser Form der Fall ist fantastische Leistung von allen Teams selbst die die hier ganz viel Blümmes erlebt haben mit Disconnects die steigen alle wieder ein und fahren weiter auch wenn sie völlig unterhalb ihres Anspruchs fahren oder keine Aussicht mehr auf Verbesserungen haben die fahren einfach weiter und das ist so fantastisch das ist eigentlich das beste das schönste Lob was man bekommen kann ich muss mal gerade eben hier oben gucken bei RML da gehen wir mal eben hin sind nämlich ganz dicht dran an Comunidad JDT da fährt jetzt der Juan Luis Rodriguez und Lange Hegermann in der letzten Runde zumindest zwei Sekunden schneller und der ist jetzt wirklich dran hier der Allstar also wer ist da drin natürlich Karnetz natürlich Karnetz mann 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 dann muss er sich auch nicht wundern wenn es da mal klappert da hätte er zumindest am Kurvenausgang mal so ein klein wenig vom Gas gehen können nicht nur mal gegenhalten ja und bei der RML geht es hier um Platz 4 da sind sie ja die ganze Zeit gefahren Comunidad hat sich da rangefahren ist auch wohl vorbeigegangen ich weiß es nicht ob beim Boxenstopp oder wobei auch immer und ein bisschen staune ich jetzt weil wenn das keine Outlab war und das kann es eigentlich nicht gewesen sein vom Juan Luis Rodriguez dann muss ihm was anderes widerfahren sein weil momentan fährt er dem Daniel Langeheger weg guten Tag da ist der Herr Lehmann richtig genau na alles klar ja kannst du mir die Frage mit der Musterfrau beantworten was soll ich beantworten mit der Musterfrau ob du mir die Frage mit der Musterfrau beantworten kannst hab die Frage nicht mitgekriegt ich bin das eben im Fall keine keine habe ich habe ich ja auch noch gar nicht gestellt ach so ja ja ich hatte vor ein paar wochen mal ein Bild auf facebook gepostet also was passiert wenn Musterfrau Herrn Lehmann heiratet also ich fand das sowas von pervers dass man diesen diese dieses Emanzentum so weit treibt sorry wenn ich das so deutlich sage dass man selbst dort wo immer und seit ewigen Zeiten Mustermann steht man da jetzt auch noch Jacqueline drauf schreibt Jacqueline Musterfrau also Leute also ich weiß nicht wer sich diesen Schwachsinn ausdenkt oder welche Lobby dafür verantwortlich ist also es ist sowas von und jetzt dachte ich so wenn der Herr Lehmann schon mal da ist dann wird er dir vielleicht diese Frage beantworten können nein kann ich leider nicht außer dass die Jungs das ziemlich lustig fanden wenn ich mir das ein paar Tage anhören konnte ja gut an dich habe ich da ehrlich gesagt auch weniger gedacht das ist mir gerade eben erst eingefallen aber nichtsdestotrotz Christian wie sieht es aus jetzt hier was treibt ihr jetzt hier für Spielchen jetzt habt ihr einen Platz verloren an Comunidad und ja wir haben eben einen kleinen Zwischenfall mit Vortex war das beim Überrunden na ok ist passiert sie haben sich auch direkt entschuldigt ich bin den Jungs auch nicht böse ich meine so einige gehen glaube ich jetzt langsam eh schon auf dem Zahnfleisch und naja es ist passiert wie gesagt sie haben sich gleich entschuldigt ich habe eben noch mal kurz mit denen geredet ist alles Tutti ähm na gut Auto war dadurch halt beschädigt dadurch stand jetzt früher in die Box hätte der Daniel drauf ja gut aber ähm wieso war der jetzt fährt der der Juan Luis ähm 3,22er Zeiten war das eine Runde aus der Box raus äh nö da muss auch irgendwas gehabt haben ah ok alles klar weil das sah dann schon so aus als ob dann ähm der Daniel da gegenhalten kann ich meine er ist nicht wesentlich langsamer er fährt jetzt eine halbe Sekunde langsamer in der letzten Runde ähm nichtsdestotrotz äh verliert dann natürlich ein bisschen Zeit und ähm ist noch ja unter einer Sekunde dran wenn man dem Timing jetzt hier so glauben darf man sieht das hier ja auch im Bild ja also gut ich denke mal sehr weiter als Platz 4 wird nicht wird nicht drin sein oder ne Runde aufholen auf die drittplatzierten ey also ähm ey also klappt nicht mehr definitiv ähm wobei wir auch so schon wirklich zufrieden wären wir haben uns gesagt wenn so Top 5 möglich wäre wäre es schon recht cool ähm ganze Zeit lang waren wir auch auf Platz 2 Platz 3 weil wir dieses Jahr endlich mal Glück hatten und kein Disconnect oder sonst was hatten einmal war es kurz davor da war da ein lange Hegermann sein Auto auch weg da saß ich als Beifahrer drauf und auf einmal ja war er weg so 4-5 Sekunden und ist Gott sei Dank wiedergekommen und ja aber sonst hat man wirklich Glück also da überhaupt keine Probleme gehabt äh in der Nacht haben es Daniel Schwieg und ich einmal ein bisschen verhauen das war naja kann halt passieren ähm aber ansonsten sind wir echt zufrieden die Leistung denke ich mal stimmt und ja da ich meine du weißt selber wir fahren normal nur v1 1 DTM und sind nicht die anderen Teams so oft bei Langstrecke sag ich mal unterwegs und ja das passt schon so ja ne also feine Sache muss man mal ganz klar so sagen und ähm ja also man muss mal schauen ähm wo es dann nächstes Jahr aussieht da könnt ihr euch ja dann ein bisschen früher also alle können sich dann ein bisschen früher auf seinen Vorbereiten ähm bevor es dann in die eigentlichen Qualifikationen ging das war ja dieses Jahr alles sehr gepresst zeitlich und ähm ja also schauen wir mal ja hat aber trotzdem gepasst ja ja was macht es ist die Hauptsache ja ja denke ich wenn ich um die Uhrzeit noch da ja naja gut gut also ich hätte mir heute auch gewünscht dass ich in der Nacht mal irgendwie 3-4 Stunden hätte pennen können du auch ja ja ähm ja ich hab halt noch noch so kleines Problem jetzt morgen also ich muss im Prinzip müsste ich direkt nach dem Rennen ins Bett weil ich muss morgen früh um 4 aufstehen und ähm ich muss auch morgen Abend noch einen Stream machen und das ist irgendwie alles ein bisschen ein bisschen unkoordiniert da hab ich so überhaupt gar nicht dran gedacht das hatte ich mitbekommen aber der Herr Weber hatte sich das so nett angeboten ja ja also das werden wir mal gucken ob mal das äh also der Jens Burkott ist ja normalerweise mit dem moderiere ich jetzt halt zusammen also er hat auch schon öfter mal alleine moderiert wie ich auch dann dort alleine war wenn der Jens mal nicht konnte also vielleicht kriegen wir das hin also das wird schon irgendwie werden aber das morgen früh so zeitig aufstehen das macht mir mehr Kopfzerbrechen das glaub ich dir also ich hab mir Urlaub genommen ja 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 ich hab auch jetzt noch nicht eine Stunde geschlafen also ich bin die ganze Zeit im Spot dann die anderen beiden hatten das coole los mal wieder sich schlafen zu legen mhm ja und ich hab jetzt echt glaube ich die Schnauze voll ich werd uns gleich einen Tag in Schüchern rufen der soll dann aufstehen ja komm ich dann noch mal so mittel nachts hoch guck mal was hier ist ja ich bin jetzt auch wirklich also das ist ja jetzt 10 vor 11 oder 8 vor 11 jetzt braucht der Weber auch nicht mehr kommen hier jetzt ist bestimmt wieder im Fitnessstudio ach ja was will er denn im Fitnessstudio das hast du jetzt gesagt ja da kannst du kann er auch ähm irgendwie hier mit dem mit dem Walz hier zusammen Jokebe trinken ja Weber trinkt doch nix naja eben genauso wenig wie das Fitnessstudio ähm also gut das ist jetzt alles ein bisschen gemein das ist aber auch so ein bisschen meine Laune äh was heißt Laune das ist einfach die ja die die Verfassung in der ich dann zu so einer Uhrzeit bin und dann ich denke mal jetzt bin ich ohne Klage durch die letzten 8 Jahre gekommen oder 7 Jahre gekommen da wird es jetzt heute auch nochmal gut gehen ich musste mir gestern vom Max Pecker sagen lassen dass mein Hinweis mit den Frauenparkplätzen ihn schon mal Geld gekostet hätte dann habe ich mir heute Nacht tatsächlich Gedanken drüber gemacht aber gut da war so ein bisschen Wildsau parken bei der ersten ersten Aufstellung Stadtaufstellung ja das hatte ich mit aha naja gut werden wir mal sehen auf alle Fälle für euch sieht es hier ganz gut aus VUD ist raus Multigaming hat ist disconnected jetzt muss man mal gucken reconnect stay in the garage for 639 also das ist auch irgendwo auf der Strecke passiert nicht in der Boxengasse ja sehr ärgerlich sehr ärgerlich die Jungs sind ja dem Kevin Maas ist es wohl passiert ich denke mal der hat das übernommen oder der sitzt jetzt drin ich habe keine Ahnung ja sehr ärgerlich das Ganze das muss jetzt echt nicht mehr sein in den letzten paar Stunden genau da gibt es auch eine kleine Abkürzung bei der RML Abkürzung ah ja ich fäng zu ja ja jetzt er musste so ein bisschen durch den Kies so wieso komme ich jetzt nicht auf die Maschine rauf doch ich komme da rauf aber wir haben noch ein bisschen Zeit das ist gut dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch böse restliche Stunden ja das wird jetzt bin ich so in der Phase so wo ich so eine gewisse Coolness wegkriege wo die Anspannung weitestgehend weg ist die kommt erst zum Ende wieder wo es dann auch wirklich spannend wird jetzt bin ich sehr ausgeglichen sehr cool und das ist ja alles ist gut ich bin nur noch müde das wäre eigentlich gerade egal so der Daniel Kilian schrieb gerade Immanuel ist es passiert ah jetzt der Ausfall von VOD ja okay dann hat der Kevin das Auto übernommen ja das ist das ist einfach man muss sich immer wieder vor Augen halten vor drei Jahren auch wäre es das totale aus gewesen hätte man auf einen Restart warten müssen wenn überhaupt ja Christian ich wünsche euch viel Glück da unten auf dieser Strecke und ihr habt euch wohl und ja guck mal mal also bis dann bis dann so genau so VOD ist wieder draußen wie es aussieht das hoffen wir jedenfalls mal hier ist ja richtig was los auf der Strecke mein Gott ja da ist der Kevin OJC kommt in die Box ich hoffe zum regulären Boxenstopp mein Gott so in der Hoffnung dass in ca. 10 Minuten hier jemand erscheint der mich so ein wenig unterstützt würde ich mich jetzt für genau diese 10 Minuten einmal kurz verabschieden ich mache euch ein bisschen Musi an dass ihr nicht ganz ja wie soll man sagen dass es nicht ganz langweilig wird und ja und denn denke ich mal ähm 10 Minuten gibt mir die Chance auf ein Brötchen und ähm und eine Tasse Kaffee frisch an einem Stück getrunken also bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich Vielen Dank. 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 äh, wir gucken mal auf die Größe ja, wir haben da noch ein gutes Gigabyte Platz das lassen wir noch ein bisschen laufen ja, also 24 Stunden Delazard 2014 Sponsored by Riser Studios und ja, wir sind hier in drei Klassen unterwegs und Gesamtwertung somit auch die LMP1 Klasse führt an Notox Racing 1 vor Simracing PL und Federsport Poland in der LMP2 Klasse wären momentan auf dem Podest die Independence Simracing P2 auf der zweiten Position dann Allstar Racing und auf der dritten Vortex Motorsport und in der GT-Klasse in der GTE-Klasse Allstar Racing Team GTE auf der 1, auf der 2 Gillis Racing Team GTE und auf der 3 Simrace Free die beiden letztgenannten Teams aus Spanien Insgesamt haben wir Fahrer aus 17 Nationen hier am Start beziehungsweise es waren 19 in der von der Registrierungsphase über die Quali-Rennen Leider sind unsere Freunde aus Jamaica haben sich leider nicht qualifiziert waren noch auf der Warteliste haben eigentlich bis zur letzten Stunde gehofft wir suchen uns mal gucken mal ob es hier irgendwo jetzt mittlerweile oh ja da sehe ich was der Iva Chiarini von Witschwood aber ich glaube der ist gerade erst überholt worden vom Ingo Schmidt nämlich mit dem P1 Auto das wäre wirklich ein Abstand nein ist es nicht ja ne so wirklich enge Duelle gibt es jetzt hier tatsächlich nicht was halt relativ spannend werden wird ist das Finish in der P2 Klasse jedenfalls aus momentaner Sicht Independence Simracer haben das ganze Rennen über dominiert mit Runden Vorsprung und durch die Restarts und vielleicht auch das ein oder andere Missgeschick das weiß man nicht so ganz genau sind sie jetzt noch 37 Sekunden in Front die Rundenzeiten sind mehr oder weniger identisch wobei man sagen muss dass der David Putzke für die Independence Simracer schon einen Ticken schneller fährt also in der letzten Runde letzten Umlauf ungefähr 8 Zehntel schneller als Micha Schlaabs ja dann werden wir mal gucken was am Ende hier passiert das ganze wird zumindest in dieser Klasse hier über die Boxenstopp Strategie entschieden wenn es Independence nicht gelingt hier nochmal einen ausreichenden Vorsprung auszufahren nee Pech gehabt den hab ich mir jetzt geholt Herr Schüch Tag Herr Potschka Mann hast du mich erschreckt ja nun wenn du da oben eine halbe Stunde rumgammelst und mit irgendwelchen Leuten die ich unterhält statt hier zu mir zu kommen dann musst du damit rechnen ja hallo Lutz wie geht's ja das gleiche wollte ich dich auch fragen weil ich klage nicht und von daher erübrigt sich erübrigt sich die Antwort ähm was treibt dich her du ähm ich bin eigentlich bloß ins TeamSpeak gekommen weil ich ja weiß dass die Scoring Page da so schon aufgeführt ist und ich wollte eigentlich wissen nur wo äh das RML Team steht weil ich ja jetzt mit den Jungs ein bisschen verbunden bin ja und äh ja wollte mich eigentlich nur schlau machen plötzlich spricht mich einer aus dem RML Team an wo ich schon total verdattet bin jetzt kamst du an also ihr macht mich heute Morgen richtig fertig ja das ist natürlich völlig überraschend dass wenn du weißt dass die RML hier fährt und du hier in den TeamSpeak kommst dass da jemand von der RML zu dir kommt und dich anspricht da wäre ich auch total erschrocken mein Lieber ähm ich dachte die die hätten was besseres zu tun ne die fahren ja also nicht so schlecht das fährt ja immer nur einer ne ja und die sind da wohl alle auch irgendwie gerade ziemlich aktiv bei der Sache ja gut also der Christian war ja vor gar nicht allzu langer Zeit hier ja also mein Lieber wieso bist du dieses Jahr nicht dabei? weil ich es mir ehrlich gesagt habe dieses Jahr nicht zu 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 trau oder ich habe es mir nicht zugetraut nachts zu fahren jetzt na gut das hätte man ja regeln können ne ja aber ich habe zurzeit so eine blöde Arbeit und ähm ja ähm die ist mir leider auch ein bisschen vor das Geschötz gefahren ich mache diese Arbeit nicht ganz freiwillig weil ich nicht so ganz lieb war ah ok das heißt es mal so ja naja wie auch immer jedenfalls ähm schön die hier mal zu sehen also das ist ja dann immer wenn dann wo die Heimkehrer dann auch heimkehren dann ist das natürlich keine Sache du mit einem Auge guckt guckt man immer drauf ich bin zu lang hier gefahren und zu oft hier gefahren dass ich äh diesen Event ignorieren könnte oder so ja ja das ist äh sicherlich äh nicht ganz ganz falsch aber ähm da sind wohl auch einige also wir hatten tatsächlich äh im Qualifying ähm 100 Zuschauer also hätte ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet zumal wir erst sehr spät angefangen haben und das Qualifying ja nur weiß Gott nicht sonderlich ähm spannend ist und wenn man jetzt mal davon ausgeht dass insgesamt 200 Leute hier am Event teilnehmen etwa etwas über 300 waren es in der Registrierung oder nach der Registrierung selbst wenn man die dazu nimmt ähm war das schon ziemlich gut von heute beziehungsweise von von Samstag habe ich noch keine Werte ähm ist das Interesse ja dann doch einigermaßen ja das ist schön zu sehen dass das dann doch entsprechend groß ist ja und wenn dann halt Leute wie du die hier wirklich jahrelang gefahren sind in allen möglichen Events ähm dann hier auch nochmal vorbeikommen dann ist das richtig schön ja wie gesagt das ist so dieser Main Event des Jahres den kann man nicht ignorieren also zumindest aus meiner Sicht so so ja das ist ähm nicht ganz falsch aber wie gesagt da sind wir ja dieses Jahr auch so ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde letztendlich haben wir es dann doch gemacht und äh ich bereue es keine Sekunde also ich hab mich sehr gefreut als ich es gehört habe bloß leider wie gesagt mit dieser komischen Arbeit und wenn das nächstes Jahr nicht der Fall sein sollte und das sollte wieder stattfinden dann werde ich auch wieder äh in Steuer greifen ja das ist schön zu hören so Micha Schlapps jetzt mal gerade eben noch überrundet von einem P1 und äh die Jungs müssen ja wirklich sehen dass sie sich aus allem raushalten was irgendwie gefährlich sein könnte und da gehört auch jegliche Art von Überrundung dazu und ähm ja da müssen wir mal gucken dass die dann irgendwann hier noch ja uns das Finish liefern was wir eigentlich sehen wollen gerechnet hat damit ehrlich gesagt keiner und dass das nochmal so knapp wird hier um den Sieg aber ja Allstar funktioniert endlich wieder in beiden Teams beziehungsweise eigentlich ja in beiden Teams und ähm na wollen wir mal gucken wie das weitergeht mit den Herrschaften wenn du dann nächstes Jahr fahren würdest aus jetzt der Sicht würdest du dann für die AML fahren oder weiß ich nicht ich denke schon es wäre mal zumindest mein erster Ansprechpartner es kann ja auch sein dass sie mich gar nicht wollen ja ja aber dieses Jahr sind die nur zu dritt ich glaube im vierter Fahrer äh wäre schon nicht das verkehrteste glaube ich ja 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 wir haben ja auch zwei Teams die fahren tatsächlich zu zweit ja das sind dann die ganz Hardcore Jungs das sind dann wirklich ja gut der Manuel und der Markus Erbe machen das und der Markus war ja für einem Interview und der sagt also sind schon beide arg am Ende und äh also es schlaucht gewaltig ja und das andere Team ist ähm ähm Federsport Poland ne quatsch äh doch ach ne ja doch doch genau und ähm naja also einfach ist das alles nicht und ähm na sind wir mal gespannt was die was die hier noch ne die können gar nicht zu zweit sein weil da fährt der Jimmy Dion ja auch noch also das wäre dann ähm Matthäus Borges der Brzynski und der Jimmy dann wären die doch zu dritt naja wie auch immer ja auch zu dritt ist es verdammt hart also ich hab's einmal zu dritt gemacht und wir sind wirklich nachher alle um 15 Uhr Kniescheibe sofort Rechner aus und ab ja ja das ist ähm das kann ich wohl glauben und ähm müssen wir mal gucken was ist mit MF ach die haben schon wieder Escape gedrückt mein Gott mit denen die haben ganz normalen Boxenstopp wenn Escape gedrückt wird muss aber ein schlimmer Bums passiert sein oder naja gut das ist bei denen ich habe das den Eindruck die können keine Fahrer mehr wechseln aus irgendwelchen Gründen weil die machen eigentlich so alle drei vier Stints haben die mittlerweile ein Escape und es ist halt immer ein Escape und kein kein Disconnect und äh da bin ich mir jetzt nicht so wirklich sicher was da jetzt gerade abgeht und ähm naja sehr sehr schade weil die waren eigentlich die sind jetzt letzten in der Klasse also die waren eigentlich relativ gut unterwegs ich meine sie haben genügend Vorsprung vor der GT-Klasse weil das wäre dann natürlich dann noch die Höchststrafe wenn du als LMP mittenlang der GT-Wertung ins Ziel kommst aber ähm das wird wohl nicht passieren naja gucken wir mal naja ein paar Stunden haben sie ja noch zum Motiv ja ja also wir haben noch drei Stunden 13 nee Quatsch Blödsinn vier Stunden 16 zu fahren und so denn der Server Gott will werden wir da auch nicht mehr dran rumfummeln das werden wir so lassen und ähm wir sind dann ein bisschen wir sind dann glaube ich fahren dann irgendwie neun Minuten mehr oder ne 13 Minuten sind wir dann länger auf der Strecke aber ich denke mal das ist noch zu verkraften und äh ist ja für alle gleich also sie können sich ja dann rechtzeitig ihre Strategie anpassen sollte da irgendwo der Sprit fehlen dann trifft es ja alle mehr oder weniger genau ja Jens dann würde ich mir sehr wünschen dass wir dich nächstes Jahr hier wieder sehen was anderes wird es in der Form nicht geben auch wenn ich laut drüber nachgedacht habe nochmal im Dezember was zu machen aber dann muss ich erstmal mit Allstar reden reden wegen des des äh Race of Champions und weil zwei Events dann in einem Monat packen das wäre dann auch Unsinn und wenn dann würde es nur im Dezember funktionieren zumindest bei mir naja dann schauen wir mal also ich würde mich schon freuen wenn dieser Event bestehen bleibt also dann die die 10 mache ich voll das habe ich mir vorgenommen jetzt unabhängig von irgendwelchen Dingen also das 10. das 10-Jährige möchte ich hier schon machen und das wäre 2016 also zweimal wird es das noch geben ja und äh spätestens äh beim 10. werde ich dann dabei sein weil so ein Jubiläumsrennen kann man sich ja dann nicht entgehen lassen ja ja da müssen wir uns auch noch was ganz besonderes ausdenken dann und ähm also ich bin sehr sicher dass es dann mit mir das letzte sein wird weil ich bin auch ein bisschen müde muss ich sagen und ähm das was die ganze Szene betrifft und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock auf neue Simulationen wir haben hier in dieses Simulationen so viel Arbeit so viel Zeit gesteckt ganzen Entwicklungen die hier gemacht wurden ich habe wirklich keine Lust das nochmal alles von vorne zu beginnen und ähm ja vor allen Dingen jetzt läuft es ja einigermaßen endlich und äh dann sollte man doch lieber das nehmen was 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 geht und was entwickelt ist als dass wieder äh quasi neue Probleme auftreten ja genau also man muss nicht immer überall der Erste sein also da lasse ich für die nächste Simulation lasse ich gern jemand anders dem Vortritt der das ausprobiert hier mit 24 Stunden und ähm so viel ich weiß macht die Endurance wie heißen die Endurance League oder irgend sowas äh amerikanisch schwedische Cooperation die machen wohl das auf R-Faktor 2 für Jimmy Allison und ähm ja wie gesagt die lassen wir das erstmal ausgiebig testen und dann hier mal diejenigen die dann bei den anderen sich das abgucken wo ja nichts schlimmes bei ist aber ja das ist dann schon ganz in Ordnung aber ich glaube nicht dass das mit mir passieren wird da sind dann mal andere dran denke ich mal und ähm ja genau Mensch Olli bist du auch immer da? Guten Morgen ne jetzt erzähl mal was äh wie ist es das ist ja wunderbar als ich dich hier habe weil das haben wir uns nämlich jetzt schon öfter des öfteren gefragt ähm das waren ja knapp zwei Runden Rückstand ist das durch die Restarts gekommen oder haben die euch haben die das begünstigt dass ihr da so richtig dran gekommen seid haben wir durch die Restarts das eine oder andere dann verloren auch ein bisschen bei uns den Faden verloren ähm die Nacht war nicht so das wahre für uns dann hatten wir heute früh um 5 Uhr nochmal die Verbindung verloren ja jetzt bei dem letzten Restart ging wohl bei Überrundung wohl immer was in die Hose aber da habe ich selbst etwas zurückgelegt und beschlafen das kann ich jetzt nicht so beurteilen ja ich würde sagen die ersten 10 Stunden haben wir uns über Wert verkauft die letzten Stunden unter Wert verkauft ja naja guck mal was die letzte Tür bringe naja du also ich ganz ehrlich erst mal ihr fahrt auf der zweiten Position und ihr seid in Boxenstopp Schlagdistanz also ähm ne Lutz wir sind nur noch was seid ihr ja nur noch ach Käse Mensch jetzt habe ich dich tatsächlich mit uns da verwechselt ja 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 jetzt der OGC genau genau ne da war ich jetzt völlig auf dem falschen Dampfer wieder mal mit euch beiden ähm ne also mit Michael und dir ähm ne genau also das ist ja noch mal eine ganz andere Schiene und da muss ich sagen das hat auch ein bisschen ähm ja ein bisschen sehr leid getan das Ganze das hat ja wohl angefangen mit Nikolais Unfall dann hast du noch einen draufgesetzt und jetzt nach dem letzten Restart gab es ja wohl da war der Nikolais richtig sauer glaube ich ja da gab es das eine oder andere ja ihr seid ja gleich an ihr musstet ja gleich an die Box ne nach dem Restart ja 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 genau ja ja das ist natürlich massiv ärgerlich und ich glaube da ging es dann auch bis auf die 7 zurück vorher war es noch äh 5 oder 6 ne gut abwarten sind auch 4 Stunden ne ja ja richtig 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 ähm gut der Nikolais fährt jetzt erstmal er fährt durch wahrscheinlich er fährt durch der vorher gucken wir mal da hat er ja noch was vor ja ich ich mag das ehrlich gesagt ähm oh komm mir lebt ist raus ja bitte für die für uns ganz gut ja ja also es ist halt auch vielleicht hat man es auch unterschätzt das zu dritt zu fahren ne also respekt vor simracing polen dass die das zu zweit abbügeln das ist irre ja ja alle händel ja auch mit markus erbe genauso also wirklich chapeau vor denjenigen die das zu zweit fahren das ist ja wir haben es dies ja das erste mal jetzt zu dritt gewagt würde ich sagen einer hat uns da schon mit sicherheit gefehlt ja ja das ist wie gesagt also wenn man da nicht wirklich vier stunden stints fährt dann und dann dadurch nicht mal acht stunden ruhe hat wenn es drunter bleibt dann ist das natürlich und man kann ja auch es muss ja auch noch einer spotten also du kannst ja nicht einfach auch nicht einfach wegrennen ne natürlich nicht ja aber bei den anderen zwei teams sieht es ganz gut aus allstar gte 1 und die anderen sind in schlagdistanz das stimmt ja der ogc gt team 15 auch ja gut ja wollte ich gerade sagen also ich glaube da ist auch noch mehr schief gelaufen als beim lmp team also wirklich halt wir können es eigentlich erstmal gar nicht erklären warum es dann wirklich komplette faden verloren haben was machen die denn volle neun minuten kriegen die drauf gebrummt also ich tue mir doch unser ziel noch d5 erreichen naja sechster seid ihr schon mal ja ja gut jetzt habt ihr die runde rückstand auf ace racing oder ist das seid ihr noch in einer runde nee wir haben den rückstand glaub muss man abwarten ne ja ja gut die runden seiten sind fast identisch martin scherlinger die beiden haben sich ja glaube schon mal gebettelt war das ja doch martin nikolai da wollte ich mal rede und antwort noch stehen das ist sehr schön das ist sehr schön hoffe ja wie gesagt dass das hier für euch wirklich also im podestplatz hätte ich euch sowas von gegönnt das glaubst du gar nicht also doch das glaube ich aber wie gesagt dass die ersten zehn stunden das war ja definitiv das guten halt auch die anderen natürlich uns mit in die karten gespielt er ist ja wurscht ich mein ja natürlich ohne ohne die nötige leistung fährst du davon nicht das ist nochmal einfach so richtig okay dann verschwinde ich mal wieder alles klar mit allen weiteren weiterhin die daumen ja dann tun wir das für euch auch und ja guck mal mal ausgeht alles klar tschau tschüss mich äh olli tschüss tschüss ja ja so ist das so und jetzt haben wir sie aber trotzdem die ganze zeit nicht im bild gehabt wo ich das eigentlich wollte deswegen gucken wir jetzt nochmal nach den Herrschaften da haben wir sie ja das ist natürlich ja so ein bisschen der kleine Wermutstropfen den wir hier heute haben bei den teams die ersten zehn stunden hier souverän geführt und ja leider hat es dann beim restart war die runde noch nicht voll noch nicht komplett überrundet alle sodass sie dann mit einer runde vorsprung wieder hätten ins rennen gehen können ja dann ist halt der vorsprung schnell weg und wenn man dann noch einen fehler macht sie haben bei zwei restarts haben sie wirklich wieder gut boden gut gemacht weil sie dann direkt von der pole starten konnten und die anderen erstmal noch ein paar langsamern vorbei mussten aber naja dann kam halt Fehler und ach Gott oh Gott ja es gehört aber auch schon viel Glück auch mit dazu dass wirklich die 24 stunden nix was schlimmes passiert wie ein disconnect oder so es muss ja gar nicht an einem selber liegen ähm ne dass man einen Unfall baut oder so es kann ja einfach auch mal die Maschine einfach streiken oder so und schon schon bis zu eine runde oder zwei gleich enden ja ja wobei wie gesagt wir hatten etliche teams die relativ zeitig ausgefallen sind ähm also escape hatten oder ein disconnect hatten die das locker wieder reingefahren haben nur wenn das halt in der zweiten Hälfte passiert hast du halt nur noch sehr geringe Chancen kannst du eigentlich nur noch auf das Pech der anderen hoffen und das macht ja sachlich keiner und ähm ja auch muss ich sagen dass die Strafzeiten die ja jetzt in diesem Event vergeben werden also mit den 5 Minuten plus dann die Runde plus der Reparaturstopp dass das so im Großen und Ganzen eigentlich fast perfekt ist also ja es ist perfekt doch also man verliert ungefähr 2-2,5 Runden im günstigsten Fall beziehungsweise etwas über 3 äh genau über 3 im worst case also von daher ist das passt das sehr gut man kann halt als Top Team wenn es einem passiert schon irgendwie wieder wenigstens nach vorne fahren wenn vielleicht auch der wäre möglich ist wenn den anderen nichts passiert aber man hat schon die Chance irgendwie sehr vernünftig am Rennen teilzunehmen ja das ist dann halt ein Reparaturstopp wie im echten Leben ja 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 jetzt geht's einigermaßen also heute früh war es dann doch ein bisschen anstrengend hi Edgar hi ja 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 jens äh Edgar ja 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 ich wollte mal kurz reinschauen ja na sehr gut gut dann mach weiter so alles klar ja ihr auch ja wir sind auf einem guten Weg denn dass wir den Platz halten werden ja Platz 14 ist in Ordnung ok ok na dann wenn ihr zufrieden seid sind die anderen auch zufrieden ja es passt in Ordnung gut alles klar tschüss dann Edgar bis dann ciao ciao ja so jetzt ist hier doch ein bisschen Bewegung in der Boxengasse OJC drin Independence Simresser drin und jetzt bin ich mal gespannt wie weit Allstar da jetzt rankommt Allstar muss ja kurz vorher auch in der Box gewesen sein wenn sie jetzt nicht in den letzten Runden massiv weit verloren haben und die kommen auch rein ei 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 ok dann hängen die alle auf eine ähnliche Strategie das ist natürlich spannend also dann ja dann jetzt weiß ich nicht ob bei Allstar jemand rechnen kann aber ich glaub die größte Frage ist ob da überhaupt jemand rechnen will ähm OJC ist jetzt rausgegangen Independence Simracer sind auch raus also ähm gut hier geht es jetzt gegen die Independence Simracer und dann ist der Vorsprung natürlich ja müssen wir erstmal sehen wie die rauskommen was dann da an Zeiten steht momentan bewegt sich da nichts weil das Auto sich nicht bewegt ja ja die rollen jetzt hier langsam raus und wie es scheint jo Jörg Vogel übernimmt das Auto und wer jetzt hier genau hingeschaut hat der hat gesehen dass ganz kurz über dem Auto diese Null zu sehen war und das war vielleicht Zehntel Sekunde oder bei Zehntel lässt sich schwer sagen wenn man jetzt per Menü wechselt dann steht diese Null deutlich länger da oben wenigstens eine halbe Sekunde das war der Grund zu unserer Annahme dass der Wechsel über das Menü gefährlicher ist einfach weil dann wenn dann der Server nicht synchronisieren kann wenn dann einer irgendwie ja Problemchen hat mit seinem Internet oder mit seinem Rechner überhaupt dass dann der Timeout anders ist und man dann fliegt früher fliegt also das ist auch nur eine Theorie auch nicht bewiesen aber zumindest hier in diesen Rennen deutlich mehr Teams die erfolgreich waren per Hotswap als per Menü wobei das jetzt auch wieder so eine Huhn Ei Ei Huhn Situation wäre weil einige Teams schwören halt aufs Menü sie hätten da noch nie ein Problem gehabt und so weiter andere Teams schwören halt auf die Tasten wie gesagt wir erlauben die Hotswapes genau aus diesem Grund und natürlich weil wir bei einem 24 Stunden Rennen nicht möchten dass ein Team ausfällt welches auf der Strecke ähm havariert sprich also Hardware zu Hause kaputt geht irgendwie Lenkrad irgendwas Monitor oder sonst irgendwas ausfällt und äh dann das Fahrzeug nicht übergeben können Tja Oldstar ist knapp eine Minute 10 hinter Independence da kann das auch noch heiß werden in 4 Stunden ja richtig ja gut wie gesagt die Havaren nach dem letzten Boxenstopp ganz eng beieinander 6 Sekunden jetzt fährt aber der Jörg Vogel also ich glaub das ist so ziemlich der schnellste und bei Independence ist der Christian Senz ist jetzt ins Auto gestiegen der ist aber auch alles andere als langsam also das müssen wir jetzt erstmal abwarten was da für Rundenzeiten gefahren wären das ist jedenfalls so das Team wo es momentan am spannendsten ist weil es da halt auch um den Klassensieg geht und ähm ich denk mal Notrucks da vorne ist so mehr oder weniger durch wenn da nichts mehr reinhaut dann sollte das eigentlich alles funktionieren ich befürchte auch mal nachdem ich mit Manu noch vorhin gesprochen habe ähm beziehungsweise den Markus gesprochen haben wo der gesagt hat der Manuel fährt eventuell durch das war aber schon von einer Stunde ähm also irgendwie 5 über 5 Stunden sollte der jetzt fahren ähm dass der Ronny hat es ja eh nicht schon in der Multilead gebracht weil das bringen musste weil der Fahrerwechsel hat schon irgendwie mal 4,5 Stunden durchgefahren ich glaub 5,5 ist der Ronny gefahren ne ich weiß gar nicht wie viel es war jedenfalls höre Schlange ja und ähm ja dass sie nie jetzt verdonnert haben das hier zu Ende zu fahren auf der anderen Seite weiß ich aber auch dass die schon wenn es keine technischen Notwendigkeiten gibt dann auch stumpf den Plan durch wechseln und das was Rön und der Sascha Siegert heute gefahren haben an Zeiten das steht dem nicht wirklich nach also das wird auf gar keinen Fall ähm dazu führen dass sie ihre erste Position verlieren so wie das damals gegen Witschwood der Fall war mit Sebastian Rön also hier sind sie beide deutlich näher am Ronny dran und ähm ja mal gucken also wenn die Unterschiede weiter so sind zwischen Simracing Poland und Federsport dann kann das da auch noch nen Kampf geben naja ja das ist richtig also momentan äh der Mercek passt Niki nicht langsam äh ich glaub da will irgendeiner Support bin gleich wieder da und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Opsala Muss nicht alles wegschmeißen Hm, ist nur das Telefon aus der Tasche gefallen Aber volles Risiko über den Carb Ja, da ist er knallhart, der Nikolai Der fährt auch noch ein bisschen mit dem Messer zwischen 10 Weil dem ist das nämlich vorhin passiert Nach dem Reset Dass ihm da jemand in die Karre gebügelt ist Da war er doch sehr aufgebracht Und natürlich irgendwo auch verständlich Aber wie gesagt Ein Grund jetzt Da ihm drüber zu diskutieren Und der soll Oder wird jetzt hier auf der Strecke zeigen Was Sache ist Ja, also So wie er durch die Kurven geht, der lässt es schon fliegen Ja Ja Ja, wenn man dann halt mal schaut Was die Leute überhaupt sehen Hier Das ist, äh Ja, wie gesagt Hier im Cockpit Oh, ich hab einen Gast im RAD Ah, klar Der Herr Weber Moin Na, hast du ausgepennt, du Schlaffi? Ich hab mich selbst gewöhnt Dass ich bis um 11 Gepennt hab Moin Ahn Unglaublich Echt Ja Ich dachte so Du kommst so 9, halb 10 Spätestens Mann, 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 Mann Hätte ich auch gedacht, dass ich Ja, ja Nicht so lange penne Aber Es wurde dann doch bis um 11 Ja Ja Gut Jetzt verfolgen wir erstmal hier Die Aufholjagd von OGZ Und Ja Wollen wir mal schauen Was Da geht Und was da nicht geht Ob er denn Da noch an Ace ran fährt Wir hatten ja eben Den Olli da Der sagte, ja Platz 5 wär schon noch schön Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen Dass die das jetzt so auf der Strecke einfach zusammengefahren haben Ich geh mal davon aus, dass die Boxenstops unterschiedlich sind Das heißt Äh Ace Racing hat ja auch einen Fahrer gewechselt Und Ähm Ja Aber natürlich muss er erstmal sehen, dass er hier deutlich schneller unterwegs ist Der Nikolai Weil wenn man nicht schneller fährt, kommt man auch nicht näher ran Jetzt hat er vielleicht sogar noch Glück bei der Überrunderei Dass er hier gerade rauskommt aus den Ortschikanen und direkt Überrunden kann Ah, das passt gut Und er hat seinen Gegner jetzt Mehr oder weniger direkt im Blick Zwei Sekunden fehlen ihm noch Weil der musste nämlich anscheinend warten hinter dem GT In den Porsche Kurven Ops Und da dreht sich einer Wer war das jetzt? Ach Mario Chili, kann das sein? War das der Mario? Ja, da kommt lange keiner Also ich vermute mal, das war so 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 Und jetzt geht's hier direkt In den Zweikampf Er ist direkt dran Dreizehntel Ja und dann geht er einfach mal vorbei wie geschnitten Brot Ja noch ist er nicht vorbei, aber an den anderen zumindest Und jetzt wird's echt spannend Und ich kann mir richtig vorstellen, was da gerade in der OTC-Box abgeht Oh, das ist eine dumme Idee Da fährt nämlich einer Genau, hol dir erstmal ein bisschen Windschatten Genau, und das macht er jetzt Und das, was Ace Racing da jetzt gerade tut Ist nicht die Final Ranger Art Ja und die Strafe folgt auf dem Fuß, oder? Ja, jetzt müsste er eigentlich vorbeikommen Das war nicht optimal Doch, Ace Racing ist noch vorne Und wenn Ace Racing hier auf der inneren Linie bleibt Müssen sie die Mulsanne etwas eher anbremsen Und er ist auch schon durch Er ist schon durch Und ganz souverän hier das Auto um die Ecke gezirkelt Das ist die langsamste Stelle auf der Strecke Also Ich würde mal sagen, ziemlich eiskalt, ne? Ja, da ist er jetzt auch Wie gesagt, der hat ein bisschen Messer zwischen Zähnen Definitiv, aber war ein absolut sauberes Manöver Da hat man überhaupt nichts zu sagen Ich würde mich nur freuen, wenn das Timing das auch mal anzeigen würde Jetzt tut's das Oder? Nö Er war ja eine Runde zurück Ach! Guck an, ja stimmt Er hat sich erst mal nur zurückgerundet Ach Gott, oh Gott Das hab ich jetzt gar nicht so wirklich Ja Ich auch nicht Ich hab nur die 8 Sekunden gesehen vorhin Ja Ja, dann hat er aber noch was vor Ja Ja Ja, ja, der Jürgen schreibt's mir jetzt auch gerade Ja Ja, der Jimmy Dion lässt sich jetzt gerade fliegen 3 16 8 9 6 Schnellste Runde überhaupt Das mag ich fast nicht glauben Das kann eigentlich kaum Das ist ja schon eine Quali-Zeit Tja, er hat aber den Abstand auf sein Kollegenteam auf unter 10 Sekunden jetzt gedrückt Ja Gepflegte 4 Sekunden schneller gefahren Also da müssen wir mal ein bisschen genauer hingucken, was der da fährt Weil das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen Eine 3 16 Ja, was ein Wahnsinn, wer ist das hier dahinter? Matthias Weber für VOD Ja, wer ist das hier dahinter? Matthias Weber für VOD Ich kann mir, ich kann mir das nur so erklären, dass er dann vielleicht auf den geraden perfekten Windschatten hatte Und da einfach so viel profitieren konnte Ne, jetzt läuft's ja auch optimal So mit dem Überrunden Und äh, wenn er dann immer optimalen Windschatten hat, dann kann er auch mal so eine Brecherzeit machen Hm Also ich hab da so meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen Du, ich auch, ich bin genauso erstattet wie du über diese 16 Ja, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht irgendwo in der Schikane gerade durchgefahren ist Gucken wir mal, was er jetzt fährt Bei 18 115 Wow Ne, und der hatte Verkehr Also ich kann mal nix sagen, also Sau schnell der Junge Ah ja, jetzt sitzt er nur nicht zum ersten Mal im Auto in diesem Land Naja, dann war der Kaffee eben gerade gut oder so Da müsste ich ja super schnell sein Ähm Aber so wie er dann langbringt Volles Risiko auch über die Curbs, also Respekt Ja Ja, der Thomas Patzke schreibt mal sehen wie lange der Motor das aushält Also ich glaube auch, da ist Das Motorprogramm Bis Anschlag Naja, die wollen jetzt das Schwester-Team einholen, überholen und dann werden sie wahrscheinlich auch wieder ein bisschen langsamer machen Na, dann dürfte der Motor aber schon mehr oder weniger Schrott sein Geht das so schnell? Ja, wenn sie höchstes Motorprogramm fahren, das geht ziemlich schnell Sechseinhalb Sekunden nur noch, ne? Das können die längsten sechseinhalb Sekunden des Rennens werden, weil wenn der Motor hochgeht, dann hat er Ähm Ja, je nachdem wo es passiert Bis zu neun Minuten Strafe hinten dran Also ich meine, er fährt echt ne beeindruckende Linie, das muss man wirklich sagen Da ist kein Wackler, kein gar nichts in dem Auto Der fährt da wie auf Schienen Ja, da kann man auch ein Leerstunden-Video von machen Also auch hier wirklich auf den Punkt den Scheitelpunkt getroffen Soll nicht heißen, dass andere das nicht können, aber es fällt hier wirklich wahnsinnig auf Ja, und so wie er jetzt durch die Porsche-Kurven gegangen ist, allein schon Das wird auch wieder ne gute Zeit Na 3,175 Respekt Ja 3,90 Sekunden nur noch hinterm Vordermann Ja Ja gut, das ist definitiv Motorprogramm, also das kann ich mir nie anders erklären Das ist wirklich, ja den hat er jetzt im Prinzip direkt hinter diesem GT LMP, hat er den schon Den Magic Pass Niki Mal gucken welche von beiden, ja ja, genau, dass der direkt hinter ihm ist, äh vor ihm fährt Ja gut, das ist auch ein LMP-2 hier Ja gut, das ist auch ein LMP-2 hier Der da gerade überrundet wird Der aber da ganz brav mitspielt Ja, der wollte sich da glaube ich raushalten Ja, das ist auch in solchen Situationen vielleicht das Beste In der 2 der Art Ja Ja, prompt kommt die Antwort von Ronny Hänel 3,163,6,0 Unglaublich der Ronny Ja Ja, ja, danke Thomas, hab's grad gesehen Dann wollte er wohl doch die schnellste Runde behalten Ja, das glaube ich Da ist er noch, äh, ja, das kann er noch nicht so richtig haben Das ist wahrscheinlich mal so ein kleiner Warnschuss, also falls ihr euch noch in meine Nähe wagt Dann schaut her, ich kann es auch Ja, ja gut, ich mein, das gehört dazu, so ein bisschen, bisschen Psychologie Ein paar Spielchen machen, das ist schon, wie gesagt, ich hab's vorhin schon mal erzählt Im ersten Rennen der Bruno Mas, äh, äh, Masquez, ne, ja, doch, Marquez Bruno Marquez von der FSR, die, ja, mit seinem Fünferteam hier das erste Rennen gewonnen haben 2007 Die haben ja, die hatten ja fünf Runden Vorsprung zum Schluss Mit dem langsameren Auto rausgefahren Und, ähm, der hat ja nur, die sind in jeder Runde, äh, alle zwei Runden in die Box gekommen Die sind, äh, reingekommen, haben Sprit für drei Runden getankt, frische Reifen aufgezogen, haben Hotlamming gemacht Die sind dann im Rennen drei Sekunden schneller gefahren als im Qualifying Weil die so viel Vorsprung hatten Und, ähm, ja Ja, wenn man sich das leisten kann Ja Also das ist wirklich das härteste, was ich bis jetzt hier in diesem Event gesehen habe Kampflinie alles von und dran Ohhhh, ja, toll Aber beide passen auf Wirklich beide Sensationell gut Also muss ich ehrlich sagen, hätte ich Ich habe zumindest gedacht, dass der Jimmy dann dem, dem, ähm, Macek da hinten reinballert Robin Winkel schreibt, die holen wir uns noch Hauauaua, geiles Racing Dazu muss man sagen, da, oder, muss man wissen, dass Robins Team auf dem letzten Gesamtplatz fährt Also, in der Gesamtwertung ganz hin, weil die das Auto drei Stunden abgestellt haben Ja, cooles Bürschchen Da hat er gerade ein Auto verschwinden So, jetzt ist es passiert Chimillon ist vorbei Und ich denke Ja, also Supermanöver, keine Frage Fahren kann er, das ist Da steht überhaupt kein Zweifel dran Aber Thomas Batzke hat nicht ganz unrecht Wenn der das so weitermacht Also Er muss ja jetzt auch nochmal ein bisschen Vorsprung rausfahren Ähm Ich denke mal, dass Ja, ich weiß nicht Jetzt kann ich genau sagen, wie die Boxenstops geplant sind bei beiden Teams Aber Dann könnte es durchaus sein, dass da der Motor hops geht Und Ich bin sehr überzeugt, dass der Pass Niki Die selben Zeiten oder ähnliche Zeiten gehen könnte mit dem entsprechenden Motorprogramm Der wird aber einen Teufel tun, weil der genau weiß, was passiert Und das sieht auch nicht so aus, als würde er irgendwie langsamer machen jetzt Mhm Ne, ne, klar, der muss ja jetzt sehen, dass er auch von ihm wegkommt Sonst fahr das ganze ja umsonst Was nützt das, wenn er einfach nur vorbei ist und dann auf dem selben Abstand weiterfährt Was nützt das, wenn er einfach nur vorbei ist und dann auf dem selben Abstand weiterfährt Ja Ich war zwar erst vor einer Stunde irgendwie für 10 Minuten draußen, aber Da hab ich dann eher auf Duschen und Essen abgesehen gehabt, nicht so sehr auf Rauchen Also Ne Jo Jo, wunderschmacht Jo, danke Jo, danke Gucken wir mal, haben wir noch irgendwas? Ich glaub das war das einzige was, jetzt revidiert sich ja alles wieder erstmal auseinander Ja, es wäre noch was, Gesamtposition 40 und 41 RSA gegen OGC, aber das ist dann auch nur ne ähm Entrundung, so Das hat ja jetzt sehr viel gebracht, das Ganze, weil der Dior kommt nämlich jetzt gerade in die Box Dort haben wir noch RML, der Daniel Schüch Also ob das jetzt alles Sinn war, ist fraglich, aber okay So, gucken wir mal hier, Motor wird ausgemacht, das heißt es wird wohl ein Full Service werden So, gucken wir mal bei Daniel Schüch vorbei Ne, das ist er nicht Und diese Anzeige wieder nicht? Achso, ach, ich muss ja auch Nein, Fehler So, Daniel Schüch fährt wieder Genau, ist auch auf dem Fahrzeug drauf geblieben Ja, muss er auch, äh, denn, äh, er hat Eins sind jetzt erst gefahren Hat von Daniel Langenhegermann übernommen Und ich hab gehört, der Christian Nehmann wollte heute nicht mehr fahren Okay So, wir haben einen Ausfall, äh, GT Racing, Carlos Perez Ist in der Garage Dort haben wir die Corvette Schauen wir mal, wie lange die stehen müssen Neun Minuten Oh, das muss ja Gerade Anfangs der Strecke passiert sein Das ist natürlich heftig, neun Minuten Ja, obwohl hier steht schon mal Reconnect, stay in Garage Also das ist sehr, sehr Interessant Also die GT Racing auf der Corvette Hier, ja, die werden noch ein Stück zurückfallen Aber sind auf Gesamtposition 44 Damit 18. in ihrer Klasse Und damit letzter Ähm Ähm, 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 ähm Währenddessen gab es bei diesem Team einen Fahrerwechsel Stefan Kahn ist es ausgestiegen Und Dort fährt jetzt der Michael Reiter Für das Team All-Star Racing Team GTE Mit einem Vorsprung von 3 Minuten und Mit einem Vorsprung von 1 Minute 48 Auf Gilles Racing Team GTE Der Vincent Simeon Gesamtposition 27 und 28 ist es dort Und, äh, jetzt erhalte ich eine Nachricht von Robin Tricke Hey, gleich haben wir den ersten Das träumst auch nur du, Robin Ähm Ja, sag mir mal, welches Zeug du genommen hast heute Nacht Das, äh, muss wohl gut sein Ähm, ja, währenddessen ist Markus Erbe an der Box Notox Racing 2 Schalten wir dort auch mal kurz hin Gucken wir mal Motors an Also wird es kein Full-Service Aber ich sehe das Auto ist aufgebockt Da ist es bei den LMP2 jetzt nicht so, dass man den Motor ausschalten muss Ja, sehen wir das Auto wurde abgebockt Und Ja So, jetzt kommt auch das Partner-Team anscheinend Das ist jetzt Simracing PL Marseille-Pasnicki 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 Keine Ahnung Ähm 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 Ja Damit müsste der Dior wieder vorbei rutschen, ne? Ja, darum, das hat für mich erst keinen Keinen Sinn gemacht, dass der Dior dann in die Box kommt Ja, und dafür dann so push, aber wenn der Pasnicki jetzt auch reinkommt Wir schalten mal dort einfach mal ganz frech hin Dort haben wir ihn Naja, wenn das Schwester-Teams sind, dann rutscht dem, ähm, Teamkollegen vielleicht doch mal raus, wann der Boxenstopp ist und dann kann man das vielleicht dann ein bisschen timen danach, ne? Ja, das kann natürlich auch sein, nur ob da Denkst du, da läuft irgendwas, äh, über Absprache oder so? Dass die sagen, ja komm, lass mal hier fürs Fernsehen mal ein bisschen, ne? Nein, das glaube ich nicht, Absprache, äh, der, der, der Dior, der ist eindeutig schneller gewesen, auch Da gab's gar kein, nix dran zu rütteln, aber dass man dann vielleicht, äh, sagt, hier komm, wir fahren jetzt, äh, wir laufen auf euch auf, macht mir mal nicht so mit Gewalt die Tür zu, zum Beispiel Ja, ähm, wir haben's gesehen, Position wieder gezwitscht, also Federer Spot Poland LMP1 auf der 2, Simracing PL auf Position 3, da gab's kein Fahrerwechsel Ähm, ja, Robin Ricke schreibt mir jetzt, was denn, noch drei Runden bis zum ersten GT? Ja, stimmt Sag ich mal, sind die am Fahren? Die sind tatsächlich am Fahren, ich glaub's nicht Ja, die haben ne 3 Stunden Pause gemacht Ich hab gedacht, die sind komplett raus, von daher, ähm, hab ich jetzt gedacht, ja, okay, sehr optimistisch, diese Meinung, aber Ja, das könnte eventuell noch machbar sein, bei 3 Stunden und 23 Minuten 54 Sekunden zu fahren Also, äh, ja, Robin und Frank und wer noch alles drauf sitzt, ich glaub der Reif Deininger auch noch Gib Gas, vielleicht schafft ihr's noch Rundenzeiten 3, 24, 3 im Moment, der GT Racing seine letzte Runde 4 Minute 1, also, äh, da ist noch was Aufzuholen, auf jeden Fall Knapp 10 Minuten, glaub ich So Ach, ich hab ja besucht, der sagt ja gar nix Niko, Negele ist wieder hier Wunderschönen guten Tag, oder Mahlzeit Ja, Mahlzeit Ähm Wo ist denn euer Team, momentan auf Position 36 und, äh, in der GT-Wertung auf Position 10 Ja, und dieser Porsche ist ja jetzt wieder komplett nicht, da fehlt schon wieder die Motorhaube Oder Die Haube vom Tank stutzen Ähm Ja, fasst mal ganz kurz eure Nacht zusammen Was, äh, waren eure Tops und was waren eure Flops? Äh, also, unsere Flops waren Die ganzen technischen Fehler, die wir halt hatten Unser Fahrer, der Danny Der, ja Hatte leider einen technischen Fehler mit seinem Mikrofon Beim, ja Dritten Restart war das ungefähr Oder vierten Ähm Sobald er mit mir geredet hat, hab ich seine Ingame-Sounds gehört Und das hat dann zur Folge eben gehabt, dass er dann das Stil verlassen hat Wollte dort gucken, was da los ist Und ich bin draufgejoint und hab dann erstmal ne neun Minuten Penalty bekommen Jetzt hier wie, ähm, ET-Racing hier grad eben Bin ich, ähm, zur Orga gegangen und hab gefragt, was denn das hier jetzt soll Dann haben sie die Strafe rausgenommen, aber trotzdem sind wir auf Platz 17 rausgekommen Ja Und Die Tops waren, dass wir dann Der Auto angegriffen haben Bis um vier Uhr morgens Konnten wir wieder auf Platz 12 vorfahren Dann hat der Andreas mit dem Armin wieder übernommen Die sind dann, ja, bis um Kurz nach Elbe Bis so, wieder Bis zu Platz 10 vorgefahren Und ja Ich hoffe mal, dass wir halt noch unter die Top 10 kommen Ja, fahrt ihr denn jetzt noch Maximum Attack oder geht ihr es jetzt ein bisschen ruhig an Und hofft eventuell so in die Top 10 zu rutschen in der GTE-Klasse? Also wir sind ja im Moment in den Top 10, aber wir wollen halt Besser wie Zehnter Besser wie Zehnter werden Und So wie die Zeiten ja im Moment aussehen Fährt der Andi grad voll auf Ja, Angriff Ja Im Vergleich Escape Masters Äh Fahren in der letzten Hunde 3,54,4 Ehr 3,54,1 36 Sekunden Abstand Bei knapp 3,5 Stunden noch zu fahren Geht's eigentlich? Wie war über Nacht die Überrundung eigentlich so? Hat das einigermaßen geklappt oder? Ja, sag mal so Teils, teils Ähm Wir haben Einmal mit Wie heißen die jetzt schon wieder? Ähm Einmal mit Gucken wir mal schnell Mit dem LMP von KrS SSR Motorsport Mit dem Dietmar Blazkowski hatten wir Im Zwischenfall auf Äh, der wollte uns überhunden LMP LMP Und Ist uns dann einfach mal so in die Seite reingefahren Bei einem anderen LMP, da weiß ich den Namen grad leider nimmer Der ist uns dann grad noch in die andere Seite reingerauscht Naja, damit die Symmetrie denn auch passt, ne? Jaja Hat sich doch wieder ausgeglich Nein, das ist natürlich ehrerlich, aber äh Ein 24 Stunden Rennen ohne Feindkontakt mit einem anderen Fahrzeug, das ist fast unmöglich, also äh Da könnte ich zumindest kein Rennen, wo das nicht so ist Äh Ja Bist du dann nochmal? Trotz dass man ja mit den LMPs schneller gehen kann, also fahren kann Da sollte man halt auch bisschen Rücksicht nehmen auf die, wenn man so die langsameren Ähm, vor allem, wie ich das so gesehen hab, bis öfteren Versuchen die immer sobald weit hintereinander fahren Noch vor der Kurve Vor der GT zu kommen So, recht heikel und Ich kann Manche, ja Die halt Hier, ein paar reagieren Ja, aber man muss wiederum Sagen, ne? Da denkst du mancher ein bisschen anders, also Und der will natürlich als LMP will man auch nicht schnell Versuchen An den, äh, zu überrunden vorbeizugehen Und der GT denkt sich dann Junge, was bist du denn für gehonk? Ja, kannst du nicht warten? Also das sind so zwei Welten, die sich dann da immer aufeinander prallen Haben euch jetzt mal ein bisschen in den Kopf zugeguckt Ähm Ja Wie eben schon mal gesagt, es ist ein 24-Stunden-Rennen Und da kann so einiges passieren Und, ähm Sagen wir mal so Jetzt haben wir zwar auch noch 3 Stunden, 18 Minuten und 34 Sekunden Aber, wenn wir uns an das reale Le Mans-Rennen erinnern Da ist ja auch noch was in der letzten Stunde passiert Ähm Mit dem Porsche und mit irgendeinem Tomoladerschaden vom Audi Also, ich mein, das ist zwar hier nicht möglich Hier kann höchstens nur der Motor hochgehen Aber, äh, oder ein Disconnect halt Ja Aber, äh, auch der Aston Martin da vorne sieht aber auch nicht mehr Fahr-, äh Werksauslieferungsstand aus Er ist auch schon ordentlich lidiert Ja, das dürften ja auch die Extreme Factor GT Racing Team sein, ne Ja, die waren ja wohl ein bisschen zu extrem unterwegs Sagen wir mal Ne, aber Äh, hier fehlt Fehlt hier auch was Ne, das sieht nur so aus, oder? Ja, die Bandschätze Ja doch, da fehlt was Ah, das sind sie doch nicht Naja Ansonsten, wie wird dein Tagesablauf noch sein, abschließende Frage? Äh, spottern und dann eventuell nochmal ein Doppelstint Nachdem wie der Andi jetzt hier nochmal was vorhat Schauen wir mal Dann wünsche ich euch noch viel Glück und Spaß und, ähm, ja Was hier unter der Zehnten Klassenposition kommt Jo, hallo Christoph, mach's gut, ähm, bis später mal, ne Bis später Ja Jo, bis später Jo So Genau Nächste Reihe in der Box & Stop What? X ist an der Box Ace Racing ist an der Box Den haben wir da noch Communited Und Extreme Factor GT Racing an der Box Ja Also Robin, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis ihr den ersten GTE wieder überholt Durch den Box & Stop Ich mein, die hatten über 20 Runden Rückstand Als Als er das Auto Dann wieder aus der Box geholt hat Und jetzt fährt der Frank Ähm Ja Mal schauen Also, drei Runden haben sie noch Also ich Ich weiß, kurz nach dem Letzten Restart waren's, glaube ich noch 10 Runden Und, ähm Ich bin so was von happy, dass die überhaupt das Auto nochmal angefasst haben Und der Robin ist ja irgendwie quer durch die Republik gefahren zum Frank hin Damit er da fahren konnte Naja Wie gesagt Ah, okay Ja, ich muss mal ganz kurz hoch So, währenddessen haben wir ein Überholmanöver gesehen Aber mit zwei unterschiedlichen Fahrzeugklassen Der Das Team rund um MSRF2 Motorsport P1 Hat jetzt gerade Vortex Motorsport aus der LMP2 überholt Das ist Der Kampf gewesen auf der Gesamtposition 12 und 13 MS ist auf Klassenposition 10 Vortex auf der 3 Ja, das ist Das ist unverändert geblieben Anscheinend über Nacht Independence immer noch auf ihrer Klasse auf Position 1 mit Eine Minute 24 Vorsprung vor Jörg Vogel für Allstar Racing Team 2 Und auf der 3 den Vortex Motorsport mit den Carsten Hoffmann Wenn dessen ist Mario Chili an der Box Für das RSA Project 24 LMP2 Team Wir hatten ja den Christian Rückert ja gestern Früharm glaube ich war das im Interview Wenn dessen hatte ich irgendwas gelesen Ähm Ja RSA Project 24 Team schreibt Noch 3 Stunden 30 Also vor 12 Minuten haben sie es geschrieben Der Plan stimmt Christian wird die Wird den letzten Stint von Mario übernehmen Platz 5 ist ziemlich safe Das Stock Racing Team ist aber nur Eine Minute 14 Zurück Es wird heiß Also da ist anscheinend wohl noch was machbar Stock Racing Team Andreas Borde sitzt da momentan Auf dem Auto Auf dem Auto So hier haben wir das Pechvogel Das Pechvogel Team aus der ersten Rennstunde German Racers LMP2 Aber haben sie auch wieder gut nach vorne gearbeitet Samt Position 23 in der Klasse in der LMP2 Sind sie momentan auf Position 10 notiert Und jetzt ist der Fahrerwechsel auch erfolgt Christian Rückert wird jetzt Den Porsche R Spyder übernehmen Damit denke ich auch mal zu Ende fahren Außer es geschieht noch irgendwas Aber der Christian hat sich sehr Ja Gut angehört Als er sagte dass er wohl die letzten Stints fahren wird Wenn nichts dazwischen kommt Das wird auch eine krasse Umstellung ne Jens Irgendwie vom Porsche LMP zum äh GT3 Porsche Am Montag drin im RSA GMSF Cup Ja also die beiden Klassen haben nicht viel mit gemeinsam Allein schon der Grip Level ist ein ganz anderer Muss ganz anders reinbremsen, beschleunigen Ja die unterschiedlichen Klassen Das kennen wir aber auch bei der RML ne Ja Da soll es ja demnächst auch mit der DTM losgehen Und ja Formel 1 und DTM haben halt nicht so viel gemein So Ace Racing ist schon wieder an der Box Aber jetzt haben sie den Fahrer gewechselt mit Alex Sturm Sitzt da jetzt nämlich drauf Also ich weiß nicht ob sich vorhin die Anzeige nicht aktualisiert hat Aber vorhin stand da noch Gay Hard meine ich zu meine Wummisch Tag Club ist jetzt mit an der Box Es gibt übrigens ein Habe ich vorhin auf Twitter gesehen Weiß kenne ich mal unter welchen Hashtag Äh ein Onboard Video Also von einer Webcam aufgenommen Der Ivan Rico Fährt nachts irgendwann Ja so wie das aussah so zwischen 2 und 3 Uhr Das geht anderthalb Stunden Also sehr sehr interessant Müsst einfach mal den Ivan Rico fragen Irgendwie wenn er Nach dem Rennen mal im TeamSpeak rumläuft Ah der Gary Hart schreibt mir grad von Ace Racing Alex hatte in seiner Outlab einen Platten und musste nochmal rein Okay Das ist natürlich nicht schön Aber sie haben ja auf Nikola Essig Team OGC ja noch 2 Minuten 50 Vorsprung Noch wohlgemerkt Noch wohlgemerkt Es war da nur ein Disconnect dabei Und schon ist das Schon wieder weg diese Fast 3 Minuten Vorsprung Aber okay Jetzt scheint wohl das Auto wieder zu laufen von Ace Racing Ja obwohl wenn ich mir das mal so angucke Gehen wir mal Ja da gab es schon das nächste Pettatel Das war Eigenverschulden oder? Guck mal Ja zu weit über den Curb Oh nicht dass das Auto schon wieder libiert ist Ah aufpassen Ist Ace Racing richtig? Ja Waren gerade schon an der Box und dann Ich glaub die haben schon wieder einen Reifenschaden Das gibt's nicht Das gibt's nicht der zweite Reifenschaden Innerhalb zwei Runden Ja ich seh da Funken Ja ja das Auto ist hin Natürlich Und dabei waren sie eben schon in der Box Um einen Plattenreifen zu wechseln Und wenn sie jetzt Pech haben Kriegen sie auch noch eine Runde abgezogen Ich weiß nicht ob das ähm Das hier Ich glaub da muss man langsamer fahren Darf auf keinen Fall schneller gehen als Wenn man außenrum fährt Das ist natürlich interessant weil Durch den ähm Erneuten Reifenschaden Kommt jetzt natürlich der äh Nicola Essig ran Eine Minute 35 noch Und das ist sehr früh passiert dieser Reifenschaden Naja Die Ja du siehst ja er versucht jetzt alles hier Um möglichst Zeit zu sparen Aber gut das ist natürlich ein riesen Wahnsinnsrisiko jetzt Der kleinste Fehler führt jetzt sofort in den Dreher Und Ab dem Reifen geht das Auto ab wie ein Stück Schmierseife Wer jetzt irgendwo zu spät bremst Wer bremst verdammt spät Jopp Ja 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 Könnt ja jetzt gleich in der Indianapolis lustig werden Naja Er sollte die anderen mal hier passieren lassen Macht er auch Das ist natürlich extrem bitter So Markus er bekommt da jetzt noch Ja Ja Bleib schön außen Ja ja Sonst kann man nur hoffen dass jetzt keiner angeschossen kommt Aber das geht gut Ja und er bleibt da Ja Ja selbst mit dem Boxenstopp Also wer der Nikolai Essig kommt jetzt da definitiv dran vorbei Ja Ja Und so schnell kann es gehen Eine Runde zurück Und schon Ja Die Position Ich meine es ist natürlich unglücklich Verlaufen zwei Reifen stehen Bin er fünf Minuten Ja Vorsicht der Vortex LMP2 Ja 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 der Ja der macht aber auch sofort Platz Ja der Der Nikolai weiß jetzt aber auch genau Bescheid Also ähm Das weiß der längst dass die stark hafariert sind Und der macht jetzt auch keinen übermäßigen Druck Dass ich mir jetzt nicht selber noch ein Fehler passiert So wir runden jetzt gleich ihr GTE Team Ja nicht zum ersten Mal Gibt's ja immer netten Lichtrupe Ja Ja Jep So und da Vorne fährt Ace Racing Und da geht Essig jetzt schon vorbei Noch bevor die überhaupt in der Box sind Genau Schon sind sie vorbei Oha das Slack hat aber auch eine ganz schöne Schrägstellung Ja Na klar Das geht Ja Eieiei Wie bitter Oh hoffentlich fährt er jetzt nicht zu weit Ne wird aufgebockt Na ich wollte ja auch schon sagen Jetzt bloß nicht so weit fahren Weil sonst halt es nochmal eine Runde Ja Aber es sieht gut aus So gucken wir mal Haben wir noch irgendwo was So Witchwood ist an der Box Das haben wir da eben auch gesehen Ne also so wirklich ähm Wo es dann ohne Also in derselben Runde Da haben wir momentan nichts Wenn ich das richtig sehe Einzige ist halt Simpli und Federsport Ich staune dass der Federsport noch fährt Der Timmy 25 Sekunden hat er rausgefahren in meiner Raucherpause Ja die waren ja auch an der Box beide Ja ja gut macht ja nichts Aber ist ja rausgefahren Und ähm Die Timmy ist definitiv mit einem hohen Motorprogramm unterwegs gewesen Weiß nicht ob er das jetzt immer noch macht Er fährt es 3 19er Zeiten Aber er sieht aber auch dass Passnicky 3 23 fährt Und eigentlich gar nicht mehr so sehr pushen muss Und nach Notox Weiß ich nicht ob die da noch versuchen anzugreifen Also Ja zur Zeit wären es 0,4 Sekunden pro Runde Ja das kannst du knicken Also das würde Das würde Ronny kann schneller Das hat er eben gerade mal gezeigt Als Jimmillon eine 3 16 8 gefahren ist Ist hat Ronny mal gleich eine 3 16 3 hinterher gefahren Hat auch mal das Motorprogramm für eine Runde hochgeschraubt Also Da habe ich keine Befürchtung Dass der da nicht kontern könnte Aber Ähm Frage ist halt Ob das Federsport Poland ähnlich sieht Überhaupt mitbekommen hat Und äh Wenn die jetzt pushen und pushen und pushen Dann riskieren sie ihren Motor Definitiv Und dann ist es ganz vorbei Dann sind sie auch raus aus dem Podest Ja Zum aktuellen 4 platzierten RML Team Daniel Schüch Zwei Runden Und Tja Kann relativ schnell gehen Wenn man irgendwie ein Disconnect bekommt Oder äh Der Motor geht hoch Dann Ja Ressers LMP 2 7 Minuten 25 zu stehen Davon haben sie Gerade mal Ich glaube 2 Minuten abgesessen Noch nicht ganz Was war da eigentlich Ich habe schon gesagt Escape Ne Reconnect So Ace Racing Scheint wieder draußen zu sein Das ging relativ zügig Wie ich finde Ja Viel nachzutanken war ja nicht War Ja Boah Und die sind schon wieder in den Napolis Also die sind schon ein Stück weit draußen Also Oh Was ist mit Simmerizing for Holland passiert Motorhaube verloren Ei 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 Das ist natürlich bitter für die Lackierung Für die Sponsoren Weil sie nicht noch zum Motorblock auflackiert Äh Beklebt haben dann Ne Ein kleiner Skandal Ja Das habe ich glaube noch nicht gesehen bei denen Ich habe schon Ich habe schon Ja, da sitzt momentan der Wilfried drauf Ja Ja, und die sind in einer Runde mit vier anderen Teams oder mit drei nee, mit drei aber naja eine Minute 14 Rückstand auf Puls RFTT Motorsport und die gehören ja nur auch nicht unbedingt zu den Steichnasen und Alpha Race ist mal ganz abgesehen Ich hab so schon zwei, dreimal aufgefallen, aber wirklich auch erstmals, also ich hab das vorher so noch nie gesehen und eigentlich sind die Details alle auf voll So, Dock Racing ist jetzt an der Box, Andreas Borde Also ich denk mal, da wird RSA dann erstmal vorbei gehen Nachdem, wie lange sie jetzt stehen Ich weiß nicht jetzt, äh, weißt du das, wird erst getankt, dann Reifen gewechselt oder folgt das gleichzeitig? Nee, es, ähm, leider ist es tatsächlich wir haben ein Jahr lang geglaubt, man könnte das beeinflussen also es wird tatsächlich erst getankt und dann Reifen gewechselt Nee, umgekehrt Ja, genau, erst getankt, dann Reifen gewechselt Ähm, man kann Ich hab mal dann irgendwann die Aussage man könnte diese Einträge in der HDV einfach umkehren dann würde das anders passieren Ich bin mir auch fast sicher, dass das mal so war aber als wir das letztes Jahr dann intensiv getestet haben, war es nicht so und es gibt ja nach wie vor diese Möglichkeit da so ein bisschen rumzuschieten indem man, äh, wenn man übers Menü wechselt äh, über die Tasten wechselt, äh, dann oder es war das Gemü, ich weiß es gar nicht jedenfalls beim Fahrerwechsel den Boxenstopp nach dem Tanken abzubrechen und dann kommt man trotzdem mit neuen Reifen raus und, ähm, gut das würde irgendwann mal auffallen zumindest den Teams, die direkt gegen einen fahren und, ähm, naja So, hier bahnt sich was an SimSung Pro Michael Beetz gegen X- Xtreme Racers and Druid's Team 5,5 Sekunden die letzten, die letzte Runde von Xtreme Factor 3,45 und vom SimSung Pro LMP 3,34 Moment Ach, Gott sei Dank Independence SimRacer P2 in der Box und da hab ich dann schon wieder so ein komisches Zeichen von und dran da war ich jetzt schon ganz unruhig, aber alles ist gut ist ein ganz normaler Boxenstopp vom Christian Sens und, äh, Allstar ist wenn ich das richtig sehe eine Minute 39 dahinter also da ist momentan noch keine Gefahr für die Independence SimRacer das war schon mal knapper da die ja so in etwa die auf der gleichen Strategie sind wird sich an dem Abstand auch wenig ändern bei OOGC GTE fehlt auch schon die Motorhaube vom ersten Mal Team Ja So, währenddessen ist Jörg Vogel in der Box für Allstar Racing LMP 2 Ja, ich sag ja, die sind in etwa auf der gleichen Strategie Independence und Allstar also das unterscheidet sich mal gerade ne, das ist noch nicht mal eine Runde die kommt tatsächlich in der selben Runde rein So, währenddessen war, ähm Perkab, wo wir ein bisschen abseits der Strecke äh, wo es ja übrigens, ich hab's gerade schon gesagt als wir rauchen, war es zu nutzen sehr interessantes Video gibt ähm Onboard Mitfahrt, äh, bei Ivan Rico Mhm Vorm Rechner So, so Irgendwann nachts wohl sieht so aus zwischen 2 und 3 Mhm Ja 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 Es ist Ja Du Ich hab's Ich hab's noch nicht Est ihr Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sieg werden wir heute nicht mehr holen durch die ganzen Zwischenfälle, also ja, im Endeffekt wäre noch was gegangen, aber dadurch, dass ich den Bremspunkt des NMP1 etwas unterschätzt habe und da dann leicht angedotzt bin, hatte ich dann 10 kmh weg und habe dann über eine Minute jetzt verloren in dem Stint. Ja. Na gut, Jörg, aber nichtsdestotrotz, ich meine, Grund zum traurig sein habt ihr nicht wirklich, also das ist ein astreines Ergebnis, was ihr hier einfahrt und in beiden Teams, also da muss man jetzt wirklich nicht traurig sein drüber. Klar wäre ein Renn-Sieg nochmal, ein Klassensieg nochmal, weil einen oben drauf, aber wenn man sich mal so anschaut, was Allstar so in den letzten Jahren fabriziert hat, also bitte. Ja, natürlich, aber wir hatten die Chance zum Siegen, die Speed haben wir. Wir sind mit die schnellsten Runden gefahren und ja, dann einfach Zwischenfälle, es waren zum Teil unsere Schuld. Ich habe das Ding einmal in den Arsch, habe ich mich vollkommen verbremst, bin so mit dem Heck eingeschlagen, dass das schon 5 kmh gekostet hat, der Heckspoiler war so früh noch dran geblieben. Mhm. Aber dann andere Szenen, wo dann mal über Runden was schief ging, wo man dann Nächste für konnte, aber ja, es passiert und dieses Jahr ist es irgendwie schlimmer als in den letzten Jahren, aber vielleicht wird es dann auch wieder anders. Schlimmer als in den letzten Jahren. Willst du mich jetzt veralbern? Was meinst du jetzt mit schlimmer? Ja, die Überrundungen. Achso, ja gut, das kann ich, das war, ich dachte jetzt das Ergebnis von Allstar, also. Nein, es geht hier wirklich nicht, nein. Es geht hier nur um die Überrundung oder was auch in den Klassen selbst intern passiert, also ja, dieses Jahr war es irgendwie. Ich habe von auch etlichen gehört, dass alles ganz toll war, also es ist, es ist, wir haben, wie gesagt, wir haben zwei, drei Anhaltspunkte, wo wir zukünftig bei den Vorbereitungsrennen mehr drauf achten werden und damit sowas gar nicht erst nochmal passiert, von daher, das müssen wir halt, ja, da muss man jetzt einfach abfangen. Ja, du kannst es nicht mehr ändern, es ist so. Ich kann jetzt, jetzt können wir gar nichts machen und ja, das ist, ist leider so. Aber es war trotzdem ein schönes Rennen, war gut und definitiv, also das Rennen war wirklich okay und, ähm, gut, wie gesagt, über die Restarts müssen wir nicht weiter diskutieren, das ist immer etwas schwierig und, ähm, dann auch noch mitten in der Nacht und dann so kurz, in so kurzen Abständen hintereinander, die zwei Stück, die es da gab, das war auch ziemlich anstrengend, wie ich fand, für die Fahrer vor allem. Ähm, man muss ja jedes Mal erstmal wieder in seinen Rhythmus reinkommen, dann fährt man da in diesen Puls, da durch die Gegend, das ist natürlich, ähm, höchste Konzentration dann zu so einer Zeit, heute früh dann auch normal, das ganze Theater. Also, von daher, ich denke mal, im Großen und Ganzen ist das super gelaufen. Ja, also heute Morgen der Restart war, äh, deutlich angenehmer, es war hell, ähm, ich glaube, in der Nacht war es, es lag einfach daran, dass zu viele unerfahrene Leute die Nacht auf dem, auf den Autos waren beim Brennstart und deswegen, dieses Chaos entstand heute Morgen. Ich bin in den Restart ja die Nacht gefahren, den zweiten und heute Morgen, und heute Morgen war es deutlich entspannter, es gab überhaupt, ja, es gab sehr wenig Stress beim Überrunden direkt nach dem Start und das lief wirklich besser. Na gut, mein Lieber, auf alle Fälle, Allstar ist back, so hoffen wir das jedenfalls, und, ähm, es wird es hier nicht allzu viele Möglichkeiten geben, das nochmal unter Beweis zu stellen, da müsst ihr ein Jahr lang warten, aber wir werden sehen. Nee? So. Jo. Jo. Genau. So, Christoph, du darfst noch ein bisschen nerven, also, Jörg mein ich. Ja, du hast eigentlich schon alles auch gefragt, was ich sagen wollte. Ach was, hab ich mich wieder eingemischt? Äh, ich enthalte mich mal. Mensch, dann hab doch einfach mal die Eier in der Hose und unterbrich mich. Ja. Äh, ich... Ist doch in Ordnung, nicht, dass es denn als ich, ich vernachlässige dich oder irgendwie so. Bisschen. Ja, was machst du heute noch, Jörg? Nach diesem Rennen? Nicht mehr viel, ein bisschen TV schauen und relativ früh schlafen, ich hab zwei Stunden geschlafen die Nacht. Mehr war da leider nicht drin und, ja, ich muss immer fit sein für die Arbeit. Eieiei, Jörg Blas... ähm, Dietmar Blaskowski ist raus. Eieiei, Jörg Blas... Fünf Minuten, also in der Box irgendwas passiert. Zwei Minuten hat er abgesessen. Ja, der fährt nochmal raus. Ja, ich weiß nicht, ob die beim Rausfahren Fahrerwechsel machen, aber wir haben schon mit Ingo gesprochen und er sagt, es ist halt, ähm, seit der letzten Beschwerde ist wohl nichts mehr passiert. Und der wollte nochmal mit Micha sprechen und, ähm, wenn dem so war, dann, ähm, sag, dann triffst du die Entscheidung. Ja. Und ich denke mal, das, das funktioniert jetzt auch. Also auf Ingo ist da eigentlich Verlass. Gut, so, Comunidad, JTT, P1 in der Box. Aber normaler Boxenstopp, Gott sei Dank. Jo, dann geh ich mal wieder runter zu meinem Team. Alles klar, Jörg. Jo, wir hören uns mit Sicherheit noch. Ich werd jetzt auch wieder verschwenden. Ja, ja. Ich wünsche euch viel Spaß für den Rest des Events. Ich werd mir das noch ein bisschen im Stream angucken. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du hier warst. Genauso an Jörg. Ja. So, mein Lieber. Jetzt hol ich mir erstmal mal ein RAD hier wieder. Den hatte ich nämlich die ganze Zeit zu. So, haben wir jetzt die ganze Zeit das Auto gesehen? Ja, wir könnten eigentlich mal wieder umschalten. Ja. Ja, ne super Idee. Und wir können auch mal so schauen, wo noch geht oder nicht geht. So, RML ist jetzt auf neun Sekunden dran an, wenn wir jetzt in PL fahren, aber so ziemlich identische Rundenzeiten. Aber würden sie dann erstmal wieder endrunden? Ja, ja, haben aber auch zwei Runden Rückstand. Ja klar, hab ich Zeit für Support. Wir behalten die aber trotzdem mal so ein bisschen im Bilde. Ja. 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 Ja, also, im Moment gibt's keinen Zweikampf. Also keinen richtigen Zweikampf. So, Vortex Motorsport, da fährt jetzt der Robin Ricke. Das sind nur noch anderthalb Runden Rückstand auf GT Racing. Also, die schließen da gleich auf. So, da sind wir wieder. Ja, was war mit dem Gary? Der wollte nur eine, hatte nur eine Frage bezüglich, der Alex hat da ein kleines Problem in seinem R-Faktor. Diese Timeline unten, die da durchläuft, wo man sieht, wo unten etwa die Autos fahren, die murmeln, die verschwinden immer wieder und kommen wieder mal wieder und dann sind sie wieder weg. Und da wollte er wissen, ob das eventuell ein Netzwerkproblem ist oder, ja, das weiß ich nicht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber kann natürlich sein. Aber ich habe ihm jetzt empfohlen, vor sich selber einmal zu wechseln, dann vielleicht wieder zurückzuweisen, weil so die Git mal neu startet und jedenfalls wieder zurückwechseln, wenn's sein muss. Weil wenn's sich wirklich auf das Event jetzt auswirkt, dass es irgendeinen Crash gibt oder sonst dergleichen Dinge, dann kann er auch vorher noch einen Fahrerwechsel probieren. Wenn das nicht so ist, dann ist er auch zumindest auf der sicheren Seite. Also, wenn's das nicht so ist, dann ist er auch noch ein paar Jahre alt. So, wir begrüßen unsere Agnes Hi, Christoph Mahlzeit Ja, Mahlzeit, wo ist das Essen? Ja, ich wollte jetzt eigentlich wissen, ob du viele Kunden hattest Ähm, ich hab dir doch ein paar abgegeben, oder hat es nicht für dich gereicht, du? Es ging so Es ging so? Ah, okay, es hat dich also nicht überfordert, ja? Nein Kann man ja noch ändern, mein Lieber Nein, das glaube ich nicht Da ist nicht mehr so wahnsinnig viel zu wollen Ähm, genau Wie ist es dir denn ergangen da oben in deinem ersten Support eines 24-Stunden-Rennens? Du, viel hatte ich ja nicht zu tun, ja? Also, helfen konnte ich ja nicht viel Das, was man halt mitgekriegt hat, hat man weitergegeben bei diversen Problemen oder sonst noch irgendwas Aber, äh, ansonsten, äh, ja, äh, ich hab ja in der Regel immer dich zu Hilfe gerufen Oder den, äh, Michael, wenn er grad nicht gefahren ist Und, nö, bis jetzt alles in Ordnung Das ist schön zu hören Genau So, jetzt muss ich euch beiden aber kurz allein lassen, weil jetzt hab ich hier grad eine Nachricht gekriegt, da muss ich mal eben kurz reagieren, dass ich mal eben mein Mikro aussehe So, klaps hoch Ich bin, weiß ich nicht, wie lange ich brauch, ein paar Minuten, bin ich wieder da Ja, das sollten wir hinkriegen, ne? Agnes, wir hatten ja schon weiter der Genügend zu sonst zu kommentieren Was macht man eigentlich so in dieser Support-Chene, wenn grad keine Hilfe benötigt wird? Äh, ja, Spiel verfolgen, nein, Spiel verfolgen, ja, auch, äh, Rennen verfolgen, nein, äh, Chat beiseite Gibt immer mal wieder irgendwas, äh, wo man sich, äh, selbst mit beschäftigen kann Da braucht man keine Kunden zu haben, wie der liebe Lutz es gesagt hat Nein, um Gottes Willen, also, man verfolgt doch schon das Rennen mit, äh, und, und, äh, guckt sich das Ganze doch schon echt, äh, mit an Und welchen Stream hast du am meisten verfolgt? Den deutschen, holnischen oder spanisch, englischen? Also, ich war ja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich war ja ein paar Mal bei den Polen mit unten Beim Kuba und beim Patrick, als die kommentiert haben Den Patrick musste ich so ein bisschen aufmuntern, weil er tatsächlich seit 15 Uhr gestern Mittag am Streamen ist Ohne Pause, äh, ohne Schlaf, ohne irgendwas, also darf ich echt sagen, ich hab Respekt vor ihm Ähm, er schläft zwar fast ein, ähm, er hat mir auch, glaub ich, vor drei Stunden oder so geschrieben Äh, er würde sich mal kurz ausklinken Ich hab dann gesagt, nö, darfst du nicht, nachdem er gebettelt hat Er will komplette 24 Stunden streamen, soll er das auch bitte machen? Nee, aber, ähm... Tom, sag ich sowas erst gar nicht, weil es sowieso nix wird Nee, wirklich Respekt vor ihm und seiner Arbeit, ähm, und, ähm, du, ich bin überall mal drin Also, klar, bei den Spaniern ist es halt ein bisschen problematisch mit dem Verständnis Das Polnische kriege ich ja noch hin, äh, das verstehe ich ja, was da kommentiert wird Genauso mit dem Deutschen Deswegen, man switcht halt mal so, ja, zwischen Channel 6 und Channel 8 So als hin und her Und nebenbei ist man dann halt selbst noch auf dem Server drauf, als, äh, Zuschauer Und, äh, ja... Es wird nicht langweilig Aber hier bis zum besten Channel, ja Ja, natürlich, die Ehre mit dir und Lutz zusammen, du Wohl eher gesagt, die Ehre mit Lutz Ja, ansonsten, dein Tagesablauf, wie sieht er für heute noch aus? Wir haben, ja, noch, äh, 2 Stunden, 23 Minuten? Ja Oh, oh, sorry Ähm, ich muss ganz kurz den Stream abbrechen, sonst kriegt man ein Problem In der Fallgröße habe ich mich ganz vergessen Ähm, wir sind sofort wieder da Sofort Und Christoph und Agnes dürfen dann anmoderieren Und, ähm, wir sind Platz